Ja, hallo, liebe Grüße aus meinem Wohnschlaf- und Essenszimmer und Zimmer für alles andere auch. Ich freue mich, dass sich ein paar Leute hier eingefunden haben heute, Freitagabend, 20 Uhr, ihren Abend mit Verschwörungstheorien oder mit einem Vortrag zu Verschwörungstheorien zu verbringen. Ich habe den Vortrag ein paar Mal jetzt die letzten Tage durchgesprochen und festgestellt, dass der immer viel zu lang war. Ich verspreche, ich habe jetzt ein bisschen was rausgenommen und ich hoffe, die entscheidenden Sachen dringelassen und ich verspreche, dass es nicht so ganz so lange dauern wird. Ich glaube, ich rede ungefähr vielleicht eine Stunde und danach können wir gerne noch Fragen beantworten. Ach so, und ich soll darauf hinweisen, dass die Fragen gerne im Chat gestellt werden können und dann schauen wir uns die zusammen nach dem Vortrag an. Ja, erst mal kurz was zu mir. Ich heiße Konstantino Wotny. Ich habe Soziologie in Leipzig, Dresden und New York studiert über einen unendlich langen Zeitraum und währenddessen insbesondere in Dresden vertieft Sozialpsychologie studiert und hatte mal vor ein, zwei Jahren ein Promotions-Exposé ausgearbeitet. Das ist dieses hier, das ist dieses Thema hier. Ob ich das jemals einreichen werde, weiß ich zurzeit noch nicht, aber einige Sachen, die ich hier erzähle, stammen aus diesem Exposé. Okay, aber es soll nicht nur um diese These gehen, die ich da aufgestellt habe, sondern auch so ein bisschen generell um das Thema Verschwörungstheorien. Als ich den Vortrag das erste Mal gehalten habe, Anfang letztes Jahr, da war dieses Thema noch bei Weitem nicht so virulent, wie das jetzt ist. Also jetzt haben wir zahlreiche Verschwörungen, neue Verschwörungstheorien, neue alte Verschwörungstheorien rund um Corona und es betrifft viel mehr Leute. Ich höre viel häufiger von Freunden von mir, dass sie neuerdings auch mit ihren Eltern oder Freunden und Bekannten über gewisse Verschwörungsmythen diskutieren müssen, notgedrungen, weil viel geteilt wird und viel Skepsis und vielleicht auch ein bisschen Angst und Neurose vorherrscht. Und dieser Vortrag hat zum Ziel, nicht so sehr darauf einzugehen, was die konkreten Inhalte dieser Verschwörungstheorien sind. Ich glaube, viele Leute kennen klassische Verschwörungstheorien. Es bringt auch nicht so viel, da so einen Deep Dive zu machen, weil die sind zum Teil auch widersprüchlich, manchweilig und schließen sich manchmal auch gegenseitig aus. Was mich interessiert hat und was ich glaube auch wichtig ist, wenn man mit Leuten sprechen möchte, die auf dem Weg hin zum überzeugten Verschwörungsideologen sind oder die vielleicht noch nicht dort gelandet sind, ist, woher kommt überhaupt die Bereitschaft, an sowas zu glauben? Welche Funktionen erfüllt das? Warum laufen viele Verschwörungsideologien immer auf dasselbe Grundnarrativ hinaus? Und zu welchen Zeiten kommt das? Und was sind das für Menschen? Gibt es irgendwelche soziologischen Ansätze, wo man jetzt sagen könnte, ja, das sind immer Menschen mit, weiß ich nicht, geringen Bildungsabschluss oder so, Bildungsniveau, die da leicht dran glauben? Genau, fangen wir an. Ich hoffe, jeder kann diese Präsentation hier gut sehen. Ich habe hier rechts meine Notizen und links die Präsentation. Genau, ich möchte zuerst was über den Begriff Verschwörungstheorie sagen, dann meine These aufstellen. Das ist nicht genuin meine These, das ist eine generelle These, die man so zusammenleiten kann, wenn man über Verschwörungstheorien spricht und sich ein bisschen mit Sozialpsychologie beschäftigt hat. Dann kommt der Hauptteil, es werden drei oder vier Folien sein, die sich ausschließlich mit Sozialpsychologie beschäftigen, mit bestimmten Effekten, die bestimmte Narrative haben und bestimmten sozialpsychologischen Mustern, die zum Teil aus anderen Experimenten, wo der Erkenntnisgewinn zum Teil aus anderen Experimenten kommt. Zum Schluss möchte ich noch ein kleines bisschen was zur Emotionssoziologie sagen. Ich glaube, es geht nicht ganz ohne das. Also rein sozialpsychologisch, empirisch zu argumentieren bei Verschwörungstheorien bringt einen auch nicht immer weiter. Und am Ende fasse ich das alles nochmal zusammen. Zunächst, wenn man über das Thema Verschwörungstheorien spricht. Ich wurde schon mehrfach bei der Facebook-Veranstaltung von Freunden von mir darauf hingewiesen, dass man ja den Begriff Verschwörungstheorie nicht verwenden soll. Dann gibt es mittlerweile auch die, finde ich, recht witzige Ansicht. Also ein Freund von mir hat mich auch darauf hingewiesen, hat gesagt, so diese elendige Diskussion darüber, ob man diesen Begriff jetzt benutzen darf oder nicht, ist eigentlich auch was sehr Deutsches. Man belehrt die Leute gleich schon wieder, ehe sie überhaupt die Chance hatten, was zu verstehen. Man muss immer gleich sich schon zum Besserwisser machen. Aber ich finde, es gibt gute Gründe, das Wort Verschwörungstheorie so zumindest im akademischen Sprachgebrauch nicht zu verwenden. Hier steht das jetzt natürlich auch im Titel, weil das so der allgemeine Begriff dafür ist und dass der Begriff ist, unter dem sich die meisten Leute was vorstellen können. Aber von der Theorie kann man bei Verschwörungsnarrativen in der Regel nicht sprechen. Stattdessen werden Begriffe wie Verschwörungsglaube, Verschwörungsmythos oder Verschwörungsideologie, also wenn es wirklich ein abgeschlossenes Denksystem ist, verwendet. Und warum tut man das? Das liegt daran, ich meine, vielleicht haben, ich gehe mal davon aus, dass viele Leute, die jetzt hier zuhören, vielleicht eine Sozialwissenschaft studiert haben, dann habt ihr mit großer Sicherheit auch mal Gütekriterien von Theorien kennengelernt. Das lernt man so in den ersten paar Semestern, wenn man positivistische Theoriebildung lernt. Die müssen verschiedene Kriterien erfüllen, um als gut zu gelten, nicht als Theorie zu gelten, sondern als gute Theorie zu gelten. Sie müssen zum Beispiel recht knapp sein, also ein sehr eng begrenztes Spektrum erklären, also nicht unnötig viel erklären. Sie müssen verallgemeinerbar sein und sie müssen vor allem falsifizierbar sein. Also es muss zumindest irgendwo die Möglichkeit bestehen, dass ich herausstellen kann, dass das falsch ist, was man da für eine Theorie aufgestellt hat. Nun steht da meistens der Stolz des Wissenschaftlers, dieser eigentlich sehr vernünftigen Auffassung von Theorie ein bisschen im Wege. Viele Wissenschaftler, auch in den Sozialwissenschaften, haben das natürlich überhaupt nicht gerne, wenn ihre Theorie als falsch nachgewiesen wird. Theoretisch ist das aber auch eine sehr gute Art, überhaupt Wissen zu produzieren, wenn man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen kann, so ist es eben nicht oder es ist zumindest nicht so einfach, wie man angenommen hat. Und das ist bei Verschwörungsideologien in der Regel nicht der Fall. Also die Falsifizierbarkeit ist dort, um es gelinde gesagt auszudrücken, sehr begrenzt. Und es ist häufig eher so, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn man versucht, das nachzuweisen, den Nachweis zu erbringen, dass die Theorie falsch ist, wird dieser Nachweis inkorporiert in die Theorie und als Ausdruck dafür verwendet, dass sie eben doch gerade noch richtiger ist als vorher. Also das werden wir gleich, also später bei der Folie zur kognitiven Dissonanz ein bisschen auflösen, warum das so ist und inwiefern sich das so vollziehen kann. Also sie sind in der Regel nicht falsifizierbar, sie sind immun und orientieren sich also nicht dringend daran, welche Sätze sie über die Welt aufstellen, ob diese Sätze wahr oder falsch sind. Deswegen ist die Idee, das nicht unbedingt im offiziellen Sprachgebrauchtheorie zu nennen, gar nicht so blöd. Und wer sich dafür interessiert, das mache ich übrigens jetzt den ganzen Vortrag über. Ich glaube, auf fast jeder Folie ist so ein Literaturhinweis drauf, dass es so einen leichten Unicharakter hat, falls es Leute gibt, die vielleicht eine Hausarbeit darüber schreiben möchten oder sich irgendwie vertieft mit dem Thema beschäftigen möchten. Da gibt es zu jedem Ding, das ich hier erkläre, immer noch einen kleinen Hinweis. Hier empfehle ich den, ich glaube, es ist kein Buch, sondern ein Aufsatz von Michael Blume. Verschwörungsglauben heißt er. Da geht er auf den leicht religiösen Charakter von Verschwörungsideologien auch ein. Und der religiöse Charakter drückt sich eben auch so aus, dass es nicht nachweisbar sein soll, dass die Theorie falsch ist. Nun gleich mal zur Prävalenz von Verschwörungsideologien. Warum sollte man sich damit beschäftigen? Nun ja, diese Folie hier ist halt auch von Anfang letztes Jahr. Da musste man Leuten noch so ein bisschen erzählen, warum sollte man sich jetzt überhaupt mit Verschwörungsideologien beschäftigen. Jetzt ist das ein bisschen anders. Es ist irgendwie, glaube ich, den meisten Leuten klar, warum es nicht ganz unwichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber trotzdem, wie viele, über was für ein Problem spricht man da überhaupt? Also wie viele Leute glauben da? Und ist das wirklich schlimm? Sind das nicht nur ein paar vereinzelte Irre? Ja, so wird das meistens in Medien dargestellt, dass irgendwie so ein paar Verrückte da draußen, die glauben sowas halt und die sind harmlos. Ich würde sagen, erstens sind nicht nur ein paar Irre. Zweitens, sie sind nicht Irre. Und drittens, sie sind alles andere als harmlos. Ich zitiere mal kurz diese Meldung, die ich hier kurz anzitiert habe aus der FAZ aus dem Jahr 2018. Rund die Hälfte aller Ungarn glaubt an Verschwörungstheorien. Rund 40 bis 50 Prozent der Ungarn glauben an verschiedene, zum Teil antisemitische Verschwörungstheorien. Dies ergab eine Umfrage, deren Ergebnisse das Budapester Analyseinstitut Political Capital am Mittwoch in Budapest vorstellte. So stimmten 44 Prozent der Befragten der Behauptung zu, die Juden wollen die Welt beherrschen. Nur 24 Prozent lehnten die Behauptung ab. 22 Prozent wüssten sie nicht zu bewerten, sagte Peter Greco, der Direktor des Instituts, anlässlich der Präsentation. Der Behauptung, George Soros möchte Flüchtlinge nach Europa liefern, stimmte sogar die absolute Mehrheit der Befragten 51 Prozent zu. Das ist natürlich, ich meine, man muss solche Befragungen auch immer mit einer gewissen Skepsis betrachten. Hier wurde tatsächlich eine repräsentative Befragung durchgeführt. Ich finde die Zahlen beeindruckend bis so beeindruckend, dass ich fast schon wieder skeptisch werden möchte. Aber letzten Endes ist es auch Ungarn und dann gibt es ein bisschen andere Verhältnisse noch. Ich habe hier noch ein zweites Zitat aus der Mitte-Studie, der sogenannten Mitte-Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt und ist auch eine sehr große vergleichende repräsentative Meinungsklima-Studie. Und ich zitiere nach Spiegel Online aus dem Jahr 2019. Erstmals haben die Wissenschaftler auch die Zustimmung und Ablehnung zu Verschwörungstheorien abgefragt. Die Ergebnisse überraschen, denn sie offenbaren eine zunehmende Skepsis gegenüber Staat, Politik, Politikern und Medien. So glaubt fast die Hälfte der Befragten, 45 Prozent, an geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Ein Drittel, 32 Prozent, ist der Meinung, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten seien nur Marionetten anderer Mächte. Jeder vierte, 24 Prozent, meint Medien und Politik steckten unter einer Decke. Männliche Befragte, 43 Prozent, glauben tendenziell eher an Verschwörungstheorien als Frauen, 33 Prozent. Warum das so ist, können wir nachher auch gleich nochmal besprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass das ein Zufall ist. Zudem sind Befragte mit niedrigerem und mittlerem Bildungsniveau empfänglicher als Personen mit einem hohen Bildungsniveau. Hierzu muss ich sagen, da gibt es Studien, die genau das Gegenteil aussagen und die also sagen, niedriges Bildungsniveau ist kein guter Prädiktor für die Neigung an Verschwörungstheorien zu glauben. Das ist ein breites Phänomen und macht auch vor höheren Bildungsniveaus nicht unbedingt halt. Haben wir dazu gleich später mehr. Ich möchte bei der Mitte-Studie noch dazu anmerken, die Frage-Items, die gewählt werden, sind deutlich weniger stark ausgeprägt wie aus der Umfrage in Ungarn, wo das halt die Juden wollen die Welt beherrschen. Das ist wirklich eine krasse Aussage und dass dazu fast die Hälfte zustimmt, finde ich abgefahren. Geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Naja, also ich habe nach meinem Studium angefangen, als Journalist zu arbeiten und es gibt mehr oder weniger geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Die haben ein erhebliches Interesse daran, keine große Öffentlichkeit zu erfahren. Also hier muss man auch so ein bisschen unterscheiden, was wird da gefragt, was verstehen die Leute, wenn die das lesen und auch immer nicht vergessen, das sind Zustimmungsskalen, insbesondere bei der Ebert-Stiftung. Ich glaube, eine Sechser- oder eine Siebenerskala, also Stimme vollständig zu, Stimme überwiegend zu, Stimme teilweise zu und so weiter. Also es ist nicht so, dass die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland vollkommen überzeugte Verschwörungsideologen sind, aber es gibt hier schon einen zumindest wachsenden, einen wachsenden Skeptizismus gegenüber Politik und Medien und insbesondere bei so Begriffen wie Marionetten und so weiter kann man auf jeden Fall skeptisch werden. Dann hat das natürlich, bleibt es bei Verschwörungsideologien meistens eben nicht dabei, dass das irgendwo irgendwelche Leute sind, die irgendwas glauben, auch wenn das häufig so hingestellt wird. Prost übrigens. Es ist Freitag, mir wurde vom Organisator dieser Veranstaltung offiziell erlaubt, Alkohol zu trinken und das hat tatsächlich praktische Folgen. Es hat zum Teil tödliche Folgen. Wir beobachten seit einigen Jahren eine wachsende Impfskeptik, es ist, wie das häufig in Medien genannt wird, die WHO hat da 2019 einen Bericht rausgebracht über die neuerlichen Anstiege der Infektion mit Masern. Die Masern galten mal eine Zeit lang zumindest in westlichen Industriestaaten als fast ausgerottet. Jetzt stieg die Infektionsrate mit Masern weltweit wieder um 300 Prozent an. Ich meine, das ist ein bisschen albern, jetzt in der derzeitigen Diskussion über Masern zu reden. Das ist, wie gesagt, zum Folgen aus dem letzten Jahr. Aber ich finde, das darf man auch nicht vernachlässigen. Ich suche mal ganz kurz diese Pressemitteilung der WHO. Ah ja, es seien mehr als 112.000 Infektionen in 170 Ländern gemeldet worden. Ein Jahr zuvor seien es gut 28.000 Fälle in 163 Ländern gewesen. Es handele sich um vorläufige und unvollständige Daten, aber es sei, Zitat im Zitat, eine eindeutige Entwicklung erkennbar, erklärt die WHO. Die hoch ansteckende und mitunter lebensgefährliche Krankheit ist wieder auf dem Vormarsch. In den reichen Ländern geht die Ausbreitung der Masern vornehmlich auf eine zunehmende Impfskepsis zurück. In anderen Weltgegenden haben viele Menschen hingegen keinen Zugang zu Masernimpfungen wie die WHO beklagt. Das ist natürlich eine besonders zynische Entwicklung, wie ich finde, dass man in einigen Ländern durchaus fürchten muss, an solchen Krankheiten zu sterben und dort keine Möglichkeit hat, auf diesen Impfstoff zuzugreifen. Und in manchen westlichen Industrienationen, insbesondere übrigens in den USA, gibt es mittlerweile wirklich breite Bevölkerungsschichten, die impfskeptisch bis der Impfung ablehnt gegenüberstehen und sich eben auch weigern, sich zu impfen. Dazu muss man vielleicht sagen, ich weiß nicht, wie bekannt sozusagen die Verschwörungsideologien sind, um das Impfen. Impfgegner sind nicht einfach nur Impfgegner, weil die glauben, ich möchte mich jetzt nicht impfen lassen, das ist halt auch so ein Charakteristikum von Verschwörungsideologien, dass das Niederhalt macht, sondern da wird meistens vermutet, dass eine Gedankenkontrolle ausgeübt wird. Manche sind nicht so abgedreht, was das angeht. Manche sagen einfach, ich vertraue nicht Ärzten, die mir ein Gemisch spritzen, was ich jetzt so auch nicht zu mir nehmen würde. Also es ist eine Skepsis und eine Ablehnung gegenüber synthetischer Chemie, gegenüber Medizin und Pharmazeutik generell. Da wird häufig die Pharma-Lobby angebracht, dass damit ja nur Geld verdient werden möchte. Das stimmt ja theoretisch auch, aber es wirkt halt eben trotzdem. Und manche Leute gehen aber da wirklich die extra mile und sind der Überzeugung, wenn sie sich gegen Masern impfen lassen, wird ihnen so geheim ein Chip implantiert, der dafür sorgt, dass man sich von der Ferne aus kontrollieren kann oder der ihre Gedanken beeinflusst. Dann bleibt das Problem natürlich da auch nicht stehen. Falls sich einige noch erinnern, bevor eine globale Viruskrise dieses Land ereilt hatte, gab es gleich mehrere rechtsterroristische Anschläge, insbesondere in Hanau und in Halle. Diese beiden Anschläge und nicht nur diese beiden Anschläge gehen auch in Teilen oder zum Teil sehr weit auf Verschwörungsideologien zurück. Also der Attentäter von Halle hat ein Manifest hinterlassen, das sehr ausführlich antisemitische Verschwörungsideologien enthielt. Der Attentäter von Hanau, ich habe das damals gelesen, das damals vor einem halben Jahr, ist da nicht ganz so explizit, aber auch er glaubt, wenn ich mich richtig erinnere, an die Verschwörungsideologie vom Bevölkerungsaustausch, dass also die Massenmigration oder eine Massenmigration gezielt vorgenommen wird, dass hier aus Wirtschaftsinteressen oder aus kulturzersetzenden Interessen Migranten gezielt in das Land geholt werden. Und das erzeugt eben, das muss man, glaube ich, gar nicht so ausbreiten, wie ich das jetzt hier mache, aber das erzeugt eben diesen Wahn, der sich überhaupt nicht mehr an irgendwelchen konkreten Wahrnehmungen orientiert. Die Leute sind fester Überzeugung, dass sie sich in einem Bedrohungsszenario befinden, dass sie sich in einem Kriegs- oder Krisenszenario empfinden und sind dann eben auch bereit, zur Waffe zu greifen, Waffen zu bauen und wahllos Leute umzubringen, die sie dann dank auch dieser Verschwörungsideologie als Feinde identifiziert haben, vermeintliche Feinde. Und vielleicht kennen einige von euch auch noch die Reichsbürgerbewegung. Die hat es ja, ich glaube, letztes Jahr dann auch in die Nachrichten geschafft, tragischerweise, als ein Reichsbürger bei einer Durchsuchung, glaube ich, einen Polizisten erschoss. Die sind mittlerweile auch im immer stärkeren Maße militant, gewaltbereit und schrecken vor gar nichts zurück. Das hat schon, da haben Verschwörungsideologien sozusagen auch in unserem Zeitalter schon viele Menschenleben gekostet. Deswegen, glaube ich, ist es immer eine gute Idee, sich damit auseinanderzusetzen und zwar nicht auf so eine pathologisierende Art und Weise auseinanderzusetzen, indem man sagt, das ist irgendwie so ein bisschen Irrsinn, der hier passiert, da kann man nichts machen. Ich finde, dieser Irrsinn hat Ursachen und den kann man versuchen nachzugehen. Was zeichnet denn Verschwörungsideologien eigentlich aus? Ab wann sprechen wir von einer Verschwörungsideologie? Es ist relativ einfach zu behaupten, immer zu sagen, na gut, da muss derjenige, der daran glaubt, muss irgendwie denken, es haben geheime Mächte sich verschworen und tun irgendwas, was man nicht so richtig sehen und wahrnehmen kann, was man aufdenken muss. Es geht da in diesem Sinne immer um Deneutralisierung und Dekonstruktion von Wissen. Das ist grundsätzlich nichts Verkehrtes, deswegen steht da auch Postmoderne. Postmoderne Theoretiker der postmodernen Schule, insbesondere Foucault ist da vielleicht bekannt oder Judith Butler, die machen im Prinzip auch nichts anderes. Also deren Form von Kritik oder deren Form von Wissensproduktion ist vorhandenes Wissen zu nehmen und zu kritisieren, wie das hergestellt wurde und dann die darunterliegenden Machtmechanismen aufzudecken. Das ist im Prinzip auch was, was Verschwörungsideologen machen. Allerdings ist es wichtig hierbei zu betonen, das bleibt nicht neutral. Bei Foucault, wenn man Foucault nicht durch so eine bescheuerte Brille liest, wie das heutzutage aus irgendeinem Grund manche Leute machen, bei Foucault bleibt das immer recht neutral. Er stellt fest, es gab eine herrschende Klasse und die hatte gewisse wirtschaftliche und kulturelle Interessen und die setzte sie um und dann wurden die Gedanken der herrschenden Klasse, so ganz nach Marx, zur Ideologie auch der Arbeiter, auch der Leute, die sozusagen beherrscht wurden und auch die glaubten dann, dass das, was ihnen widerfahren ist, so wie sie leben, dass das irgendwie natürlich und gut und ordentlich ist, so wie es ist. Und Foucault nimmt halt diese Prozesse, das passiert zum Beispiel sehr anschaulich bei seinem Buch, bei seiner Reihe Sexualität und Wahrheit, wo er den Diskurs über was ist eigentlich Sexualität, was ist erlaubte Sexualität, was ist Perversität und so weiter aufgreift und sich einfach anschaut, wie durch verschiedene Menschheitsepochen diese Begriffe verwendet wurden und welche Interessen damit verfolgt wurden, dieses Wissen zu etablieren. Auch das machen Verschwörungsideologen, aber dieses Wissen bleibt, wie gesagt, nicht neutral. Was meine ich damit? Das hat immer ganz konkrete Menschen, die das aus ganz konkreten Gründen tun und das sind böswillige Gründe. Bei Foucault ist zumindest die Möglichkeit noch gegeben, das hat sich gesellschaftlich entwickelt in einer Binnenlogik. Da gibt es keine Leute, die sich irgendwo in einem geschlossenen Zirkel getroffen haben und gedacht haben, wir müssen die Leute irgendwie glauben machen, dass das und das und das richtig ist, sondern die haben in ihrer eigenen Binnenlogik gehandelt, in ihrem Interesse und dann hat sich das von selbst so entwickelt und fortgepflanzt und es gilt, diesen Werdungsprozess aufzudenken. Bei Verschwörungsideologen wird da sozusagen radikal abgebrochen, da wird das Denken abgebrochen, es wird verkürzt und da heißt es, nein, es sind konkrete Leute, die irgendwo sitzen, die wollen, dass wir das so glauben und bei Verschwörungsideologen ist jedes Wissen, also alles, was sie sozusagen in ihrer Ideologie bearbeiten, immer Herrscherzwissen. Also alles ist theoretisch anfällig für, das wollte mir einer glauben machen. Deswegen hat das häufig auch diese Eskalationsspiralen, dass sie eben nicht bei einer Sache bleiben, dass sie jetzt irgendwie nicht sagen, nun gut, die Erde ist hohl oder die Erde ist flach und das müsste man sich mal anschauen, wieso wird uns in der Schule beigebracht, dass das anders wäre, sondern das spinnt sich dann immer von alleine weiter. Alles, was man beigebracht bekommen hat, ist dann irgendwie Herrscherzwissen. Wenn man einmal da in der Rabbit Hole ist, dann führt da keinen Weg mehr raus. Aktuell kann man das sehr gut live, anschaulich, erschreckenderweise beobachten bei einem gewissen veganen Star-Koch namens Attila Hildmann, der eine Telegram-Gruppe hat. Der hat angefangen mal, dort angefangen zu posten mit recht harmlosen, ja eigentlich, ich würde es sogar bald behaupten, von großen Teilen der Bevölkerung vertretenen, Skepsis gegenüber Corona-Verordnungen. Er hat halt um sein Business gefürchtet und um seine Restaurants und so weiter. Und das eskaliert jede Woche. Da kann man wirklich jede Woche reingucken und dann setzt er immer noch eine Stufe drauf. Ich glaube, vor zwei Wochen habe ich mal einen gelesen, da ist er dann auch bei der angeblichen Erfindung des Holocaust angelangt und dass die Zionisten die ganze Welt beherrschen und so weiter. Da führt dann halt kein Weg dran vorbei. Wenn man einmal sich verinnerlicht hat, dass sämtliches Wissen Herrschaftswissen sein könnte und eben nicht den Foucault macht und das neutral beachtet, sondern dass er dann jedes Interesse aufdecken möchte, dann ist quasi alles, was man jemals beigebracht bekommen hat, irgendwie falsch. Nur richtig ist das, was man selber aufgedeckt hat. Dann ist wichtig für Verschwörungsideologien, das habe ich jetzt hier glaube ich schon so ein bisschen mit angedeutet, die Personalisierung von Ursachen. Also Dinge passieren nie zufällig. Es gibt ein recht gutes Buch von einem Amerikanisten, Michael Butter, das heißt Nichts ist, wie es scheint und das ist wörtlich gemeint. Also nichts ist wirklich, wie es scheint. Von allen Dingen, die da draußen passieren, da gibt es konkrete Leute, die davon profitieren, dass die so sind. Das ist besonders spannend für Soziologen, weil das ist glaube ich das, was man im ersten, zweiten Semester Soziologie, ich sage mal, beigebracht bekommen. Ich muss gestehen, verinnerlicht habe ich, was das bedeutet, erst sehr viel später, dass es unintendierte Folgen gesellschaftlichen Handelns gibt. Dass überhaupt die Idee, dass es nicht nur Menschen gibt, die alle individuell und frei sind, sondern dass es sowas wie Gesellschaft gibt, dass man so ein bisschen mitdenkt, wie bewege ich mich draußen, was für eine Welt bewege ich mich, da sind auch noch die anderen, dass das unintendierte Folgen zur Folge hat, die eben nicht mit konkreten Interessen und konkreten Mächten verbunden sind, von denen dann irgendwie jemand profitiert. Was bedeutet das? Nun, mir fallen gerade nicht so gute Beispiele dafür ein. In jedem Soziologie-Lehrbuch gibt es da tolle Beispiele dafür, wie halt also drei Leute oder vier Leute, wo man halt hardly davon ausgehen kann, dass es irgendwie eine Gesellschaft wäre. Aber es reichen halt irgendwie eine Handvoll Leute aus, die blöd oder gar nicht miteinander kommunizieren, sondern annehmen und die handeln dann im vermeintlichen Interesse der anderen und im Endeffekt kommt etwas dabei raus, was für alle zusammen schlecht ist. Da gibt es in der Soziologie zum Beispiel das Gefangenenexperiment, wo also zwei Gefangene unabhängig voneinander festgehalten werden und denen werden verschiedene Aushandlungstaktiken vorgeschlagen und die versuchen, für den anderen mitzudenken. Und im Endeffekt besteht die Gefahr, dass die beide sich so entscheiden, dass sie beide sehr lange im Knast landen. Man kann aber auch einfach rausgehen und zum Beispiel hier in Berlin, weiß nicht, 500 Meter von mir am Sonntag auf den Boxhagener Platz gehen und zum Flohmarkt gehen und dort eine Menge, Menge Leute sehen, die alle keine Maske tragen und dicht an dicht gedrängt sind. Und wenn man sich dort ein kleines bisschen nähert, dann hört man die Gespräche von den Leuten und die sagen so, Mann, 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 hier passt ja gar keiner auf. Das ist ja unmöglich. So viele Leute, keiner trägt eine Maske. Und man selber denkt dann halt so, ja, aber du bist ja auch hier. Also du bist ja sozusagen Teil dieser von dir nicht intendierten Folge in dem Moment, wo du hier stehst und das sagst. Also das ist eine sehr lange Herführung, für was eigentlich sehr leicht ist, um nur zu sagen, es gibt also im gesellschaftlichen Zusammenleben immer und immer wieder und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was Soziologie überhaupt machen kann, rauszufinden, wieso passieren Sachen, obwohl die nicht gewollt sind. Das gibt es bei Verschwörungsideologen nicht. Bei Verschwörungsideologen sind die Sachen nicht zufällig oder irgendwie historisch oder gesellschaftlich so gewachsen, sondern das hat jemand genauso gewollt, dass das so ist. Sonst könnte man ja zum Beispiel bei der Erkenntnis auch stehen bleiben, dass die Erde nun flach sei, dass das einfach irgendwie was Neutrales ist, was man so festhalten kann. Das ist in der Gedankenwelt des Verschwörungsideologen nicht eingeplant. Das muss also dann irgendwie einen Grund haben, warum einem immer erzählt wurde, dass sie rund sei und da stecken dann wieder bestimmte Leute dahinter, die Geld verdienen möchten oder irgendwie Kontrolle ausüben möchten oder irgendwas vertuschen, verheimlichen möchten und da fängt dann an, der Wahnsinn sich zu entspinnen. Das letzte Charakteristikum der Verschwörungsideologie ist die Immunisierung und was genau das ist, das erkläre ich glaube ich nachher einfach konkret an dem Beispiel von einem Buch aus dem Jahr 1954, was mich in meinem Studium mal sehr beeindruckt hat, beim Prophecy Fails, das kann man auch heute noch sehr gut lesen. Ich glaube, das könnte sein, dass es sogar schon die nächste Folie ist. Ah ne, ich möchte erst noch, genau, ich möchte erst noch so eine etwas wilde These aufstellen. Und zwar, ich glaube, ich konnte das jetzt hier schon so ein bisschen andeuten. Ich finde es nicht nur langweilig und unoriginell, sondern auch gewissermaßen blöd, sich mit den konkreten Inhalten von Verschwörungsideologien zu beschäftigen, weil sie sind austauschbar. Das heißt nicht, ich will damit nicht sagen, dass es zum Beispiel zufällig ist, dass die allermeisten Verschwörungstheorien früher oder später einen antisemitischen Schluss nach sich ziehen. Das ist auf keinen Fall in dem Sinne austauschbar, dass das irgendwie total random wäre, dass das passiert. Das hat schon einen Grund, warum das so ist. Dazu später mehr. Bloß die konkreten Anfänge von Verschwörungsideologien, was also in Frage gestellt wird, sei es jetzt gerade zur Zeit Corona, dass es den Virus nicht gibt, dass er erfunden wurde, dass er im Labor gezüchtet wurde, dass die Pharmaindustrie dahinter steckt, dass die Chinesen dahinter stecken oder, oder, oder. Oder wie gesagt, hohle Erde, flache Erde. Leute sind eigentlich Reptilien und es gibt einen großen Kinderschänderring, der die ganze Welt beherrscht und, und, und. Diese ganzen Inhalte, damit kann man sich ewig beschäftigen, muss man aber nicht, weil das ist für den Verschwörungsideologen theoretisch völlig irrelevant. Und warum das so ist, dass es in bemerkenswerter Weise in dieser Studie, die ich hier kurz zitiert habe, vorgestellt worden, die heißt Dad and Alive. Ich suche mal ganz kurz, wo ich das Abstract dazu rausgeschrieben habe. Auch nach einer 2011 veröffentlichten Untersuchung der Psychologen Michael Wood und Karen Douglas der University of Kent glauben Menschen, die an eine Verschwörungstheorie glauben, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch an andere. Wobei deren Inhalt weniger wichtig ist als die Tatsache, dass es sich eben um eine Verschwörungstheorie handelt. So war bei den untersuchten Probanden, die glaubten, Osama Bin Laden wäre noch am Leben, seine spektakuläre Tötung durch die amerikanischen Navy Seals 2011 also nur vorgetäuscht, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ebenfalls daran glaubten, er wäre bereits vor deren Einsatztod gewesen. Dass beide Theorien sich gegenseitig logisch ausschließen, spielte für die Probanden allenfalls eine untergeordnete Rolle. Das wurde in der Form noch ein paar Mal untersucht. Es gibt noch eine zweite Studie von einem Ted Götzl aus dem Jahr 1994, die ist also schon deutlich älter. Da kam Ähnliches raus. Ich habe mir hier auch noch ganz kurz das App-Stick aufgeschrieben. Genau, da steht auch, demnach erhöhte der Glaube an eine Verschwörungstheorie, die Neigung auch weitere als plausibel einzustufen. Er korrelierte mit einer Neigung zu Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und zwischenmenschlichem Umfeld Unsicherheiten im Hinblick auf den Arbeitsplatz, ethnischer Herkunft und sexueller Orientierung. Menschen, die ihre Lebenssituation als ungerecht empfanden und sich von der Politik allein gelassen führten, glaubten signifikant häufiger an Verschwörungstheorien. Ebenso Afro- und Hispanoamerikaner, was der Auto mit ihrem Status als ethnische Minderheit in Verbindung bringt. Und so weiter. Hier geht er auf so ein paar andere Einflussfaktoren, noch so Bildungsniveau und dergleichen ein. Interessant ist vor dieser Sache, vor diesem Hintergrund eben, dass es, wie gesagt, nichts wirklich was bringt, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Auch in der Diskussion mit entweder überzeugten oder noch nicht ganz überzeugten Verschwörungsideologen kommt man da meistens überhaupt nicht weit, weil, wie gesagt, Herrschaftswissen, alles Wissen ist Herrschaftswissen und der Fakt allein, dass du mir versuchst, mit irgendeiner Info, die du aus dem Internet gefunden hast, nachzuweisen, dass meine Verschwörungsideologie nicht stimmt, zeigt ja nur, wie sehr recht ich habe, weil du liest ja sozusagen auch Massenmedien und so weiter. Da kommt man meistens überhaupt nicht weit. Man muss sich dann eher die Frage stellen, was war das Einfallstor? Was hat überhaupt diese Krise oder Krisensituation oder diese Angst erzeugt, die irgendwie danach schreite, eine Beantwortung zu finden, die so jetzt offiziell nicht vorfindbar war und die man dann in diesen alternativen Quellen fand und die dann eine psychologische Funktion hat, nämlich, dass es etwas erklärt, was einen vorher stark umgetrieben und gestört hat. Deswegen möchte ich auch die These ausstellen, dass die Genese von Verschwörungsideologien, das habe ich hier so ein bisschen schwurblig ausgedrückt, sorry dafür, muss nicht pathologisch verlaufen, das einfach dumm ausgedrückt. Was ich damit sagen möchte, ist, diese Leute, die daran glauben, sind nicht paranoid, schizophren, die sind auch nicht zwingend narzisstisch, die sind auch nicht irgendwie komplett verrückt geworden. Natürlich gibt es da einige Irre dabei, aber die Einfallstore dafür sind alles andere als pathologisch. Also sexuelle Diskriminierung, Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft, Bildungsniveau, Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und zwischenmenschlichem Umfeld, das kommt ja irgendwo her. Also das ist ja nicht, das macht den Menschen ja noch nicht krank. Das betrifft ja extrem viele Menschen und einige suchen halt ihre Antwort dann dort und andere gehen damit anders um und mich beziehungsweise uns innerhalb dieses Vortrags treibt um, was ist das denn genau? Also wie lösen die das auf und woher kommen diese empfundenen Krisen und wie vollzieht sich dann dieser Denkprozess, dass man bei der Verschwörungsideologie logischerweise letztendlich landet. Fangen wir gleich an mit dem, was ich jetzt hier am Anfang schon mal ganz kurz angeteasert habe. Eines der für mich wichtigsten soziologischen Bücher überhaupt. Ich habe, glaube ich, vorhin 54 gesagt, das hier steht 56. Leon Festinger When Prophecy Fails a Social and Psychological Study of a Modern Group that Predicted the Destruction of the World. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Buch. Das wird häufig in soziologischen Einführungsseminaren vorgestellt, weil es auch sehr leicht zu lesen ist. Das sind Sozialpsychologen, keine Theoretiker. Also es sind natürlich auch Theoretiker, aber was sie dort machen, ist eine empirische Untersuchung. Was sie dort machen, ist besonders spannend, weil ich glaube, man könnte das so heute aus forschungsethischer Sicht nicht mehr machen. Was machen die da? Die machen eine verdeckte teilnehmende Beobachtung. Das ist sozusagen, wenn man mal sein Forschungsprojekt bei einem Ethikrat oder so anmelden muss oder bei irgendeiner Forschungsgesellschaft vorstellen muss, ist das somit das Schlimmste, was man machen kann. Da sollte man sich sehr gut überlegen, warum verwende ich diese Methode und man muss dann sehr gut rechtfertigen können. Warum muss das verdeckt stattfinden? Warum muss das teilnehmend stattfinden? Der Grund ist, wenn man als quasi verdeckter Ermittler oder sich einschleicht in irgendeine Gruppe von Leuten, verletzt man höchstwahrscheinlich auch deren Persönlichkeitsrechte. Man muss die auch regelmäßig anlügen, damit man eben nicht auffliegt. Und das ist aus forschungsethischer Hinsicht häufig sehr fragwürdig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Forschungsunterfahren, wie die das hier gemacht haben, heute nicht mehr genehmigt werden würde. Umso wichtiger ist das, was die da rausgefunden haben. Was machen die da? Das sind amerikanische Sozialpsychologen, die sind in den 50er Jahren in den USA unterwegs und in den 50er Jahren in den USA gibt es eine ganze Handvoll von sogenannten UFO-Sekten. Die gibt es heute auch noch. Aber damals gab es davon, glaube ich, einfach ein paar mehr. UFO-Sekten funktionieren immer nach einem ähnlichen Prinzip. Das sind also eine Gruppe von Leuten, die glauben irgendwie an außerirdisches Leben und die schwören sich auf diesen Glauben auf verschiedene Weisen ein. Einige glauben also, die Außerirdischen kommen, um sie zu retten, wenn sie also gläubig sind und deren Botschaften empfangen und so weiter. Andere glauben, die Außerirdischen kommen, um die Welt zu zerstören. Und das gibt es. Man kann sich nicht davor retten. Also das sind so Duma sozusagen, so Krisensekten, die Apokalypse-Sekten. Und es gibt da verschiedene Formen davon, aber allen gemein ist, dass sie also an außerirdisches Leben glauben. Diese spezielle Gruppe, die die Sozialpsychologen hier in 50er Jahren untersucht haben, die glaubten an was anderes. Und zwar, genau, die Sektenführerin gab sich den Namen Dorothy Martin. Ich glaube, das ist ein Pseudonym gewesen. Und ja, ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Das ist, glaube ich, von Wikipedia genommen. Dorothy Martin experimentierte mit automatischem Schreiben und schrieb einem Prophezeiung nieder, die es in die lokalen Nachrichten geschafft hat. Ah ja, genau. So sind die Forscher auch darauf aufmerksam geworden. Die Welt sollte am 21. Dezember 1954 in einer Flut untergehen. Außerirdische von einem fernen Planeten schicken aber eine Rettungskapsel für alle, die ihnen Glauben schenken. Automatisches Schreiben, das, was die Dorothy Martin da gemacht hat, ist so eine ESO-Praktik, die findet man auch heute noch. Es gibt auch heute noch Leute, die glauben, dass sie das können. Das ist also eine Form von Eingebung, spirituelle Eingebung, die die erhalten. Die schließen dann dabei ihre Augen und schreiben auf. Und es soll so aussehen, als ob diese Inhalte, die sie da niederschreiben, nicht von ihnen kommen, sondern sie fungieren als Medium für eine äußere Macht. Das gibt es auch in verschiedenen religiösen Sektenkontexten, dass man also von der Unterwelt oder von der Überwelt irgendwie Nachrichten empfängt und die aufschreibt und als Medium fungiert. Das hat eine starke Wirkung auf Leute, weil die glauben, eine Art Propheten zu sehen. Und der erzählt ihnen irgendwie unglaubliche Dinge und für manche Leute erscheint das plausibel. Die hat also erzählt, dass die Welt untergeht wird und dass man gerettet werden kann, indem man an die außerirdischen Retter glaubt und dass die eine Kapsel schicken und man legt dann dieses Datum fest, 21. Dezember 54. Ich kann jedem, der mal die Überlegungen angetreten hat, eine UFO-Sekte zu gründen oder dergleichen, nur davon abraten, solche Daten zu entwickeln. Das machen tatsächlich auch immer noch viele Leute. Man kann auf YouTube recht viele Videos davon finden, dass da immer mal wieder irgendwelche Daten von Verschwörungsideologen aufgeworfen werden. Wann denn nun tatsächlich endlich der große Umsturz, die große Krise, die große Massenmigration, der Krieg, der Bürgerkrieg oder was weiß ich, die totale Gedankenkontrolle kommen soll, zum Teil mit Urzeit und das geht immer schief. Irgendwie logischerweise und die Sozialpsychologen in dem Fall hat interessiert, was passiert mit der Gruppe, wenn das schief geht? Was erzählen die sich dann? Fallen die dann vom Glauben ab? Bleiben die da? Und wie gehen die damit um? Und dabei haben sie sozusagen das Konzept der kognitiven Dissonanz im Prinzip nicht erfunden, aber weiterentwickelt, um vor allen Dingen Mechanismen zur Bearbeitung von kognitiver Dissonanz im menschlichen Gehirn festgestellt, die bis heute Gültigkeit haben. Ich lese mal kurz vor aus dem Ende des Buches. Sorry für den Spoiler, falls ihr das lesen wollt, was dann jetzt genau passiert. Ich lese es auf Englisch vor. Ich hoffe, es ist kein Problem. Ansonsten könnte ich natürlich auch Simultane übersetzen hier, aber es ist wirklich nicht besonders schwer. Ach nee, wisst ihr was? Ich lese es doch auf Deutsch. Ich paraphrasiere auf Deutsch. Es sollte also am 21. Dezember 54 die Flut kommen. Sie kam nicht. Es ist 4 Uhr morgens mittlerweile. Die Gruppe sitzt einfach nur rum und schweigt. Sie haben versucht, sich das zu erklären, was da passiert ist oder was da beziehungsweise nicht passiert ist. Die Erklärungen erschienen alle nicht schlüssig. Und das Medium, die Dorothy Martin, fängt an zu weinen. 4.45 Uhr. Man muss sich dazu vorstellen, es hat auch einen erheblichen Medienrummel gehabt. Da sind Kamerateams vor Ort gefahren. Die Dorothy Martin hat Presse richtig gesucht und Öffentlichkeit gesucht. Die wollte ja unbedingt Leute missionieren. und die hat sich da also vor allem in aller Öffentlichkeit sehr stark blamiert. Aber offensichtlich ist es nicht ganz unwesentlich, dass die Forscher hiermit aufgeschrieben haben, dass sie weint. Offensichtlich ist sie also selber von ihrer Prophezeiung überzeugt gewesen und es verletzt sie sehr. Es ist mittlerweile 4.45 Uhr am Morgen und sie empfängt eine weitere Nachricht über das automatische Schreiben und dort steht Folgendes drin. The God of the Earth has decided to spare the planet from destruction. Also die Flut wird nicht stattfinden und das Entscheidende ist, wie das begründet wird. Und begründet wird es Zitat im Zitat, das also Originalzitat Dorothy Martin, the little group sitting all night long had spread so much light that God had saved the world from destruction. Also weil sie so gut daran geglaubt haben, weil sie so committed gegenüber diesem Glauben waren, dem so sehr verschrieben waren, so viel investiert haben und so viel missionarischen Eifer erbracht haben, hat Gott die Welt vorerst verschont und die Flut vertagt. Das ist eine ganz klassische Bearbeitung von kognitiver Dissonanz. Kognitive Dissonanz bezeichnet immer irgendwie, man erwartet einen Zustand und dieser, der tatsächlich faktisch eintretende Zustand stimmt nicht mit der Erwartung überein. Das kann solche externalen Prozesse betreffen, wie in diesem Fall, das kann aber auch die Selbstwahrnehmung betreffen. Da gibt es dann sehr viele Beispiele in einem Buch über Sozialpsychologie, was ich am Ende nochmal vorstelle. Die habe ich alle geklaut, aber die könnt ihr danach sozusagen alle dort drinnen nachlesen. Das ist so ein großes, großes Lehrbuch, was glaube ich überall auch immer wieder zitiert und ständig neu aufgelegt wird. Insbesondere bei der Selbstwahrnehmung ist es interessant, wie man das bearbeitet und man kann das auch sehr gut an sich selbst beobachten. Wenn man also eine gewisse Vorstellung von sich selbst hat, die meisten Menschen mit funktionaler Psyche, die jetzt also nicht depressiv sind oder eine andere Psychopathologie entwickelt haben, haben ein recht positives Bild von sich selbst. Also dass sie ein grundsätzlich guter Mensch sind und ehrlich sind und freundlich sind zu ihren Menschen in ihrem Umfeld und immer mal wieder tritt dann aber eben auch was ein, das ihnen spiegelt, Moment mal, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Es gibt unterschiedliche Arten, das zu bearbeiten. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Vegetarismus. die meisten Menschen, die hier und in dieser Welt herumlaufen, wissen um die schlechten Produktionsbedingungen in der Fleischindustrie. Sie wissen um das Tierwohl beziehungsweise das Nicht-Tierwohl, um ethische Probleme beim Fleischessen und sie essen es trotzdem und sie werden auch nicht müde, darüber zu reden, dass ihnen das schon irgendwie klar ist und dieses Selbstvor, das Vor-Sich-Rechtfertigen, das ist Bearbeitung von Dissonanz. Ich mache also etwas, was mit meinem eigenen, meinem Eigenbild nicht so richtig übereinstimmt. Ich halte mich ja für einen ethischen, guten Menschen und trotzdem esse ich Fleisch. Naja, sagen die Leute, ich esse ja nicht so häufig Fleisch oder ich kaufe nur Bio-Fleisch und so weiter. Ich tue schon irgendwie was und ich reduziere das schon. Meine Eltern sagen zum Beispiel gerne, Wurst ist ja nicht wirklich Fleisch. Das ist also auch eine absurde Bearbeitung von dieser Dissonanz. In dem Lehrbuch, was ich hier liegen habe, was ich am Ende nochmal zitieren werde, wird da so ein weirdly specific Beispiel aufgemacht von einer Werbeagentur, die Werbung machen soll für ein unethisches Produkt, zum Beispiel Zigaretten oder Cola. Ich glaube, in dem Fall ist es Cola und die Agentur, die Menschen, die da drin arbeiten und Slogans entwerfen müssen für die Cola, die dick macht und Diabetes befördert und so weiter, die fangen dann nach einer Weile an, ihre Einstellung gegenüber diesem Produkt zu ändern, um eben diese Dissonanz, die sehr quälend sein kann, die sehr unangenehm ist, aufzulösen. Die werden dann also am Ende, nachdem sie fertig sind mit ihrer Arbeit, eine ganz andere Einstellung zu dem Produkt haben und sagen, so schlecht ist das eigentlich gar nicht, das schmeckt eigentlich auch ganz gut und warum soll man Leuten eigentlich vorschreiben, was sie zu genießen haben und was nicht. Das sind alles, man kann das alles lustig finden und so weiter, das sind aber alles und das ist der wichtigste Punkt, den ich hier machen möchte, das sind funktionale, also um es mit der klinischen Psychologie zu sagen, gesunde Bearbeitungsmechanismen von Dissonanzen. Wenn das nicht gut funktioniert, wenn man es nicht schafft, sein Selbstbild vor sich selbst zu rechtfertigen oder seine Handlung vor sich selbst zu rechtfertigen, dann geht es einem schnell sehr schlecht und wenn man zum Beispiel, darüber werde ich heute noch immer mal sprechen, weil ich finde, das ist miteinander verbunden, wenn man depressiv ist, ist man nicht in der Lage, das so zu machen, man gibt sich dann für Dinge, die Schuld, für die man gar keine Schuld hat und ist halt nicht in der Lage, diese Anpassung des Verhaltens vorzunehmen. Das ist meines Erachtens halt keineswegs pathologisch, sondern eine gute Idee und das erklärt, warum Verschwörungsideologien, sobald sie einmal schon verinnerlicht wurden, sehr gut immunisierbar sind. Also alles, was Gegenanzeigen sind, hier in dem Fall diese UFO-Sekte, das ist ja keine klassische Verschwörungstheorie, sondern es ist halt eine Sekte, aber Verschwörungsideologien funktionieren eben auch so, Gegenanzeigen, die irgendwie nicht mit dem Weltbild übereinstimmen, die werden eingenommen und da wird die Einstellung angepasst und dann heißt es so, naja, das zeigt ja nur, wie sehr ich Recht habe. Das ist eben, dass viele Leute jetzt draußen die Maske tragen, zeigt eben, wie verblödet die alle sind und dass die Gedankenkontrolle der Mächtigen schon so gut funktioniert und so weiter. So immunisieren sich Verschwörungsideologien und lösen auch interne Widersprüche auf. Wir haben ja sehr lange darüber gesprochen. Ich hoffe, ich halte meine Stunde ein. Commitment ist der zweite wichtige sozialpsychologische Befund, wenn man sich mit Verschwörungsideologien auseinandersetzen möchte. Das ist recht schnell erklärt. Man kann das auch bei Festinger sehr gut sehen. Man muss aber auch gar nicht so weit gehen. Das kann man sich sehr gut erklären. Je mehr Leute in eine Idee investieren, egal was für eine Idee, je mehr sie dafür aufgeben, je mehr sie dafür auch Risiken eingehen, desto weniger sind sie bereit, davon abzuweichen. Das ist irgendwie logisch, aber man darf nicht vergessen, wie man das auch künstlich erzeugen kann. Sekten erzeugen das häufig durch diese bekannten Mechanismen von von Eingrenzung. Also wenn man dort Teil sein, vollwertiges Mitglied sein möchte, muss man sein bisheriges Umfeld verlassen. Man muss sich von seinem Partner trennen und wenn er nicht auch Sektenmitglied werden möchte, man muss sein Umfeld irgendwie verlassen und dann ist er nur noch in der Sekte. Da gibt man was auf. Man macht quasi ein emotionales Investment, man gibt was auf und das macht es sehr viel schwerer, da wieder auszutreten. Man sieht das immer gut, wenn es Interviews gibt mit Aussteigern aus Sekten oder auch Aussteigern aus politischen Kontexten, zum Beispiel Nazi-Aussteiger. Die haben häufig Initiationsrieten, auch Soldatengruppierungen, Burschenschaften und so weiter, die haben Initiationsrieten und da fragt man sich häufig, warum machen die eigentlich so einen Unsinn, so Sachen, wo sie sich tendenziell sehr dumm benehmen und irgendwie eine Peinlichkeit voreinander entblößen. Das hat einen wichtigen psychologischen Effekt, nämlich man entblößt sich vor einer Gruppe, das ist ein emotionales Investment, die wissen alle dann um diesen Akt, der da passiert ist oder man leistet einen Schwur. Es gab letztens bei Hyperball diesen sehr guten Jugend-YouTube-Format, fragt einen Nazi-Aussteiger, der sagt auch, man hält da ewig diese Schwüre immer, man trifft sich da auch immer wieder, erneuert die Schwüre immer, man schwört auf treue Ehre, Vaterland und so weiter und dass man seine Kameraden lieferiert und so weiter und das ist ein starkes emotionales Investment, was uns sehr, sehr schwer macht, dann wieder auszusteigen, weil man hat das Gefühl, man hat Schuldgefühle, man hat das Gefühl, man verrät irgendwie Leute und man hat natürlich auch das Gefühl des absoluten Selbstverrates, ja, wofür habe ich hier alles aufgegeben, wofür habe ich diese ganze Arbeit geleistet und das soll jetzt alles nicht wert sein, das kann ja nicht sein. Auch ein ganz gesunder Abwehrmechanismus unseres Gehirns, um sozusagen uns davor zu bewahren, in ein riesengroßes Loch zu fallen, das passiert nicht immer bei irrationalen Glaubenssystemen, das passiert auch zum Beispiel, wenn man einfach lange Zeit in einem Job gearbeitet hat und dann irgendwann mal später zu der Erkenntnis kommt, dass es eine unethische Arbeit, die man gemacht hat, ist auch eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, da setzen also auch diese Prozesse ein, die sagen, nee, so schlimm kann das nicht gewesen sein, das kann nicht alles umsonst gewesen sein, da muss irgendwie, irgendwas muss da dran gewesen sein. Genau, und das ist wichtig für Verschwörungsideologen, die schon sehr weit drin sind sozusagen. Gut zu sehen ist das auch bei dieser Netflix-Doku über die Flacherdler in den USA, die sehr interessant ist. Da gibt es also Leute, die bauen ihr ganzes, Beyond the Curve oder so heißt sie, glaube ich, da gibt es ein ganzes, Leute, die ihr ganzes Leben darauf aufbauen und auch übrigens ihre Existenz darauf aufbauen mit dieser Verschwörungsideologie hausieren zu gehen, da Bücher zu schreiben, Vorträge zu machen, Workshops zu geben, Symposien zu veranstalten. Die leben davon, ja. Die haben ihren Partner, in dieser Doku ist es so, dass er seine Partnerin kennenlernt über dieses Netzwerk, die dann auch an die flache Erdeverschwörung glaubt und die investieren da extrem viel Zeug rein und dann ist es für die fast unmöglich, da jemals das aufzugeben, ohne sich komplett selbst zu verleugnen und das kennen wir hierzulande auch bei so Leuten wie zum Beispiel Ken Jebsen, der auch, wo auch seine fast ganze wirtschaftliche Existenz dieses ehemaligen Radiomoderates darauf aufbaut, dass der Bücher über Verschwörungen verkauft und rausgibt. Der kann das nicht so einfach verraten, selbst wenn er irgendwann mal die Erkenntnis hat, dass es vielleicht Quatsch ist. Jetzt zu meiner Lieblingstheorie, zu, finde ich, auch eine der wichtigsten in Bezug auf Verschwörungsideologien, Attributionstheorie. zuerst mal aufgeworfen von einem Fritz Heider, dann weiterentwickelt von Lee Ross. Die Attributionstheorie spielt in der Sozialpsychologie eine Rolle, die spielt aber auch eine große Rolle in der klinischen Psychologie, also klassische Psychologen und Psychotherapeuten wissen in der Regel, was das ist und die ist sehr interessant. Ich muss da ganz kurz überlegen, wie ich jetzt anfange zu erzählen. Attributionstheorie, um das ganz einfach auszudrücken, beschreibt die Art und Weise, wie Menschen das Verhalten von anderen Menschen deuten. Also immer, wenn ihnen gegenüber jemand freundlich ist, ich glaube, ich switche die ganze Zeit zwischen Dutzend und Siezen, ich weiß nicht, es wäre seltsam ohne Publikum, also sorry dafür, immer, wenn jemand sehr freundlich ist oder komisch zu einem ist, ungehobelt zu einem ist, unfreundlich zu einem ist, einen nicht beachtet, ignoriert oder einen sehr, sehr beachtet, überlegt man, warum ist der so? Und es gibt ein Spektrum an Möglichkeiten, das zu deuten und die zwei Enden dieses Spektrums sind die internale und die externale Attribuierung. Also internale bedeutet, dieser Mensch ist, er ist so, das ist Teil seines Charakters, er ist ein freundlicher Mensch, deswegen handelt der so und die externale oder die situative Zuschreibung würde bedeuten, der ist jetzt im Moment so, weil irgendwas dazu geführt hat. Natürlich ist jede Situation nie so eindeutig, da führt immer, das ist immer teilweise das und teilweise das. Interessant vor diesem Hintergrund ist aber dieser fundamentale Attributionsfehler, der besagt, dass die Motivation für ein Verhalten generell häufiger der persönlichen Einstellung anstatt äußeren Umständen zugeschrieben wird. Das heißt, man macht Leute häufig direkt für ihr Verhalten persönlich verantwortlich und übersieht dabei tendenziell häufiger, welche Umstände dazu geführt haben, dass sie so handeln. Das kann man im Alltag, finde ich, sehr gut beobachten. Also wenn mein Chef sauer auf mich ist, dann fühle ich mich davon stark angegriffen und ich bin leicht dazu geneigt, zu sagen, der ist einfach so, das ist einfach ein Trottel, wie kann der sich immer so verhalten gegenüber diesen Leuten, das ist doch furchtbar, das ist einfach eine komische Person so und ich ignoriere aber, dass natürlich Leute nicht ohne Grund sauer werden, dass die einen schlechten Tag gehabt haben können, dass die selber unter Druck stehen, dass irgendwas zu diesem Verhalten geführt hat, dass der mich missverstanden hat oder sonst irgendwie was und ich überbewerte sozusagen seine Persönlichkeit gegenüber diesen Zuständen, die dazu geführt haben. Das ist der fundamentale Attributionsfehler und der heißt nicht umsonst fundamentale Attributionsfehler, der ist nämlich relativ universell, der tritt bei extrem vielen Menschen auf, bei der überwiegenden Anteil von Menschen überbewertet man immer das Verhalten der Leute und betrachtet weniger die Situation. Auch hier kann man nochmal so einen Vergleich zwischen Narzissmus und Depression suchen, wenn man das machen möchte. Ich mache das gerne, um das zu veranschaulichen. Der Depressive attribuiert immer internal, selbst für Sachen, die völlig absurd sind, externale Dinge, die ihm widerfahren, attribuiert er internal. Zum Beispiel er geht raus, wenn er eine tiefe depressive Phase hat und es regnet, gibt er sich die Schuld dafür, dass es regnet mit der Rechtfertigung, ich hätte ja vorher gucken können, ich hätte einen Regenschirm mitnehmen können, warum passiert mir sowas immer und so weiter. Der Narzisst gibt dieser Situation ausschließlich äußere Zuschreibungen oder geht so weit, dass er sagen könnte, warum hat mich keiner davor gewarnt oder so weiter oder es ist ihm schlicht egal. Narzissen attribuieren, also dann häufig machen diese Zuschreibungen häufig mit sich selbst, hat nichts mit mir zu tun, dass das so ist, die anderen sind einfach blöd und Depressive denkt immer, das muss was mit mir zu tun haben, dass die anderen mich so blöd behandelt haben. Warum ist es wichtig für Verschwörungsideologien? Jetzt muss ich mal selber kurz überlegen, wie ich diesen Bogen jetzt wieder zurückspanne. Genau, Verschwörungsideologien haben alle gemeinsam, dass auch hier der fundamentale Attributionsfehler eine riesige Rolle spielt, also wenn schlimme Dinge auf der Welt passieren oder wenn überhaupt irgendwelche Dinge auf der Welt passieren, neigen Verschwörungsideologen dazu, dass den Persönlichkeitseigenschaften, den Charaktereigenschaften dieser handelnden Personen zu schreiben und nicht äußeren Umständen, da ist wieder das nicht intendierte Handeln, das gesellschaftliche Handeln, für das es in Verschwörungsnarrativ keine Sprache gibt, das existiert dann nicht, ja, also wenn irgendwas passiert, soziale Ungleichheit, Rassismus, ein Virus fährt über die Welt oder sonst irgendwas, einem wieder fährt irgendwas Schlimmes in der Welt, dann sind da dran konkrete Leute schuld, die einem Schlechtes wollten, das sind böse Menschen und vor diesem Hintergrund ist es auch kein Zufall, dass das immer so anschlussfähig ist an antisemitische Verschwörungsideologien oder antisemitische Narrative, weil das ist ja auch die Grundidee des Antisemitismus, dass man glaubt, die Welt könnte sehr viel gerechter sein, so wie sie ist, wenn da nicht diese bösen Menschen werden, was dann immer zu dem, also fast immer zwangsläufig zu diesem mörderischen Schluss führt, die müssen irgendwie weg, wenn man die alle vernichtet, dann ist hier endlich Frieden auf der Welt in dem gegebenen System. Das ist auch das, was gemeint ist hier mit der Studie, die ich angeführt habe, Just World Research and Attribution Process, Just World, also nicht nur Welt, sondern die gerechte Welt ist hiermit gemeint, eine sehr paradoxe und sehr interessante Erscheinung, dass also insbesondere Leute, die daran glauben, dass die Welt ja grundsätzlich gerecht wäre, neigen dann immer zu diesen Zuschreibungen, ja, also grundsätzlich ist hier alles in Ordnung, dass es sowas wie rassistische Diskriminierung gibt, sowas wie sexuelle Diskriminierung gibt, dass es eine große soziale Ungleichheit gibt und so weiter, das muss irgendwas damit zu tun haben, dass böse Menschen davon profitieren. Das hat keine gesellschaftlich gewachsenen strukturellen Gründe, das verhindert nämlich auch, dass man darüber nachdenken kann, wie geht man diese Gründe an, muss man diese Gesellschaftsform vielleicht überdenken, in der immer und immer und immer wieder diese Feindlichkeiten auftreten, hat das vielleicht irgendwas Systematisches, Nein, da ist der Glaube halt häufig, das sind böse Menschen, die das tun. In meinem anderen Vortrag, den vielleicht irgendwer hier mal gesehen hat, zu Antisemitismus und Deutschrap, erzähle ich das auch recht ausführlich, dass es für mich nicht so verwunderlich ist, dass antisemitische Narrative so häufig im Deutschrap vorkommen, weil es sich dort häufig auch um ehemalige marginalisierte Menschen handelt, die sich äußern, denen also die soziale Ungleichheit firsthand erfahren haben und sich irgendwie vielleicht dann rausgearbeitet haben, die rassistische Diskriminierung erfahren und das gehört halt zum Rap-Genre dazu und nicht nur in den USA auch hierzulande und für die ist die Wahrnehmung häufig so, das sind schlimme Menschen, die davon profitieren, dass es mir so scheiße ging und die muss man angreifen, die haben Namen und Gesichter und die tun das und die tun das mit allen. Die Idee, dass es sozusagen gesellschaftlich gewachsen ist und jeder in seiner Binnenlogik glaubt, ein guter Mensch zu sein und richtig zu handeln, auch George Soros oder Warren Buffett oder was weiß ich, die kommt da nicht vor. Dann müsste man sich nämlich damit auseinandersetzen, warum gibt es denn diese Systeme und wie kann man die ändern. Ja, ich glaube, ich habe alles dazu einigermaßen auf den Punkt gebracht. Es erklärt die Vorurteile, es erklärt Personalisierung von Ursachen, also das bei Verschwörungsideologien immer konkret benennbare, selbst wenn sie sagen, es sind geheime, abstrakte Mächte, aber es sind bestimmte Menschen, die in irgendwelchen geschlossenen Zirkel sitzen, die das machen, die Idee, dass Sachen zufällig passieren. Gibt es dort nicht und ich bin gerade selber überrascht, dass ich da hingeschrieben habe, siehe unter anderem Friedensbewegung. Die Friedensbewegung ist, glaube ich, mit das beste Beispiel dafür, wie diese Just World Fallacy, wie die heißt, also dieser gerechte Weltfehlschluss stattfindet. Die Friedensbewegung, Friedensbewegte, wie ich sie gerne nenne, sind häufig auch anschlussfähig für nicht selten auch antisemitische Verschwörungsmythen und das kommt genau aus dieser Fehlwahrnehmung. Die Welt ist grundsätzlich gerecht aufgebaut, nach guten Intentionen gebaut worden und trotzdem gibt es Krieg. Das kann er nicht sein. Also das kann er nur bedeuten, böse Menschen wollen das. Es gibt dann immer dieses Narrativ der Kriegstreiber, da wird dann häufig Israel und USA genannt. Das sind böse Menschen, die diesen Krieg wollen. Niemand kann Krieg wollen. Wer will Krieg? Das ist dieses Gespräch, was man immer mit Leuten führt, die der Friedensbewegung nahestehen. Das ist sehr mühsam, weil man muss dann erklären, warum Krieg unter gewissen Umständen, unter kapitalistischen Gesellschaftsbedingungen sehr rational erscheint für gewisse Akteure und dass das nichts mit deren inhärenter Boshaftigkeit zu tun haben muss, sondern dass das systematisch produziert wird. Sehr mühsam, aber auch dieselbe Fallacy, derselbe Fehlschluss, der da angewendet wird. Grundsätzlich ist ja alles in Ordnung, nur die anderen, diese einzigen, die paar bösen Menschen, die es da gibt, die müssen irgendwie gestürzt werden. Die letzte sozialpsychologische Erklärung, die ich hier noch anbringen möchte, ich bin schon fast bei einer Stunde, sorry, wenn ich ein kleines bisschen überziehe, ist die sogenannte Pattern Recognition. Ich bin normalerweise niemand, der irgendwie in solche Fohlen jetzt so Memes einbaut, aber in dem Fall fand ich das Meme so stichhaltig, dass ich es halt besser selber kaum ausdrücken könnte. Pattern Recognition bezeichnet einen ganz, ganz elementaren Denkmechanismus, der im menschlichen Gehirn verankert ist. Evolutionspsychologen würden sagen, das hat den Menschen überhaupt zu so einer Form von Zivilisation befähigt, dass er also in der Lage ist, in seinem direkten Umfeld Muster zu erkennen. Das machen Verschwörungsideologen ja andauernd, die erkennen ja Muster und ziehen sozusagen Schlüsse, aber das ist grundsätzlich auch kein pathologischer Mechanismus, das tun wir alle und es hat dazu geführt, dass wir diese Zivilisationsstufen erreichen konnten, zum Beispiel, dass wir eben wissen, dass der Winter regelmäßig auftritt und wie groß die Abstände zum Winter sind, wann es wieder kälter wird und so weiter und daraus dann Planungen vornehmen zu können, das sorgt für ein langfristiges Überleben und Menschen tun das eigentlich den ganzen Tag, aber sie tun das besonders stark unter Stress. Wenn man Leute künstlich unter Stress stellt, setzen da so gewisse Kontrollmechanismen ein, die heißen Seeing Signs und Pattern Perception, die sehen dann also Muster, die nicht da sind. Das ist ganz interessant, man kann sich das in aller Ausführlichkeit in dieser Studie hier durchlesen, die ich zitierter Black and Control increases illusory Pattern Perception. Da wurde, wenn mich nicht alles täuscht, ein fiktives Prüfungsszenario aufgebaut und die Teilnehmer mussten immer auf bestimmte Fragen antworten und man hat die in zwei Gruppen eingeteilt. Bei der einen Gruppe hat man also denen zugestanden, dass sie, wenn sie richtig antworten, einen Punkt bekommen und Lob bekommen und bei den anderen, die haben irgendwas angekreuzt, was sie für richtig hielten und es wurde zufällig ausgewählt, ob das nun stimmt oder nicht. Also der Prüfer hat dann also Punkte random verteilt und das empfanden die als sehr stressig, weil das nimmt ihnen die Kontrolle dieser Situation weg. Es spielt offensichtlich überhaupt keine Rolle, was ich hier ankreuze. Ich habe gar keine Chance, das richtig zu machen. Irgendwas habe ich hier total überhaupt nicht verstanden, was diesen Test betrifft. Mist, 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 wie gehe ich da jetzt ran? Und das sorgt dafür, dass man versucht, sich außerhalb nach Mustern umzusuchen. Also was tritt hier immer wieder auf? Woher kann ich irgendwie was erkennen, was regelmäßig ist? Ich meine, ich denke, jeder, der hier zuschaut, war schon mal in so einer stressigen Prüfungssituation oder kennt zumindest eine genervte und stark unter Druck stehende Schulklasse, wenn die in ein Klassenzimmer reinkommt, wo gleich eine Klausur geschrieben werden soll und alle sind furchtbar unvorbereitet und nervös, weil es eine ganz schwierige und wichtige Prüfung ist, die fangen an, sich nach Zeichen umzusehen. Witzigerweise beobachten sie dann eben, wie ist der Prüfer drauf? Was steht noch an der Tafel von vorher? Also man nimmt jedes Zeichen, was man kriegen kann, um irgendwie dieser Situation eine gewisse Kontrolle abzuverlangen oder wieder Kontrolle zurückzuerlangen über das, was einen da erwartet. Und das ist wichtig zum Verständnis von Verschwörungsideologien. In dieser Studie hier wird nicht explizit Bezug auf Verschwörungsideologien genommen, aber es wird in der Forschung um Verschwörungsideologien häufig benutzt, das Prinzip Pattern Perception. Also es erklärt, dass Leute, die auf irgendeine Art und Weise unter Stressdruck stehen, in Krisensituationen sind, Ungerechtigkeiten wahrnehmen, im Konflikt mit sich selbst sind, die versuchen, Muster zu erkennen und Regelmäßigkeiten zu erkennen, selbst Regelmäßigkeiten, die überhaupt nicht da sind. Also bei dieser Studie hier nur ein Beispiel, da wurde den Probanden im Nachhinein so ein Bild mit weißem Rauschen vorgestellt, also mit schwarz-weißem Videorauschen und die Leute, die man vorher ordentlich unter Druck gesetzt hat, die man das Kontrollmoment also komplett genommen hat, die fingen an, in diesem Rauschen Bilder zu sehen. Die haben dann gedacht, sie erkennen da drinnen was, da stellt sich was ein und so weiter. Das finde ich sehr spannend und sehr beeindruckend und es führt zu solchen Effekten wie zum Beispiel Verwechslung von Korrelationen mit Kausalität. Also nur weil etwas immer wieder vermeintlich in gleichförmiger Art auftritt, heißt das noch nicht, dass das ursächlich dafür ist. Das kennt man zum Beispiel aus Verschwörungsnarrativen, die sagen dann sowas wie, ja komisch, immer vor Wahlen taucht auf einmal so eine Krise auf, so eine Viruskrise und auf einmal ist der Fokus dann auf etwas anderes gelingt. Das kann doch kein Zufall sein. Also das ist eine eindeutige Verwechslung von Korrelation mit Kausalität. Das muss nichts miteinander zu tun haben, wenn das gleichzeitig auftritt und ich würde sogar anzweifeln, dass die Wahrnehmung allein schon stimmt, denn theoretisch kann man sich jeden Tag irgendwie eine Krise oder irgendein mediales Thema aussuchen, was angeblich von irgendwas anderem ablenkt. Das ist leider unsere sehr komplexe Welt. Jetzt noch ein paar Sätze zur Emotionssoziologie, die, wie ich finde, notwendig sind dafür, um dem Ganzen noch irgendwie ein bisschen mehr Sinn abzugewinnen. Wir haben uns diese ganzen kognitiven Prozesse kennengelernt, die dazu führen können, dass man sozusagen in diesem Einfallstor zur Verschwörungsideologie voll absteigt und das für sehr, sehr plausibel hält, egal was es ist. Wir haben ja vorhin gelernt, dass es vollkommen irrelevant ist, was der Inhalt dieser Verschwörungsideologie ist. Wichtig ist nur, sie stellt Kontrolle wieder her, sie stellt eine Personalisierung von Ursachen her, sie reduziert Komplexität, dass es dann auf einmal sind alle Mechanismen in der Welt wieder sehr einfach und sie erklärt vor allem vor dem Hintergrund, dass man sich selber als eigentlich ein handlungsmächtiges Individuum empfindet und trotzdem ist man irgendwie benachteiligt, deswegen sind es häufig diskriminierte Gruppen, deswegen sind es häufig ethnisch-rassistisch diskriminierte Gruppen oder Leute, die, ja, einer unteren Klasse angehören, die einfach wenig verdienen oder Angst um ihr Business haben müssen in einer Krise wie der jetzigen, die dann eben dazu neigen, sie stellen dann mit diesem Gedanken wieder Kontrolle her, indem sie sagen, das tut mir jemand an, was immer automatisch bedeutet, man kann da was dagegen machen, ja, auch gut sichtbar bei Attila Hildmann zum Beispiel, der also auch aus einer sehr realen Furcht Kontrolle herstellt, was auch was mit einer Form von Männlichkeit zu tun hat, ich bin handlungsmächtig, wirkmächtig, ich kann daran was ändern und diese appellarischen Strukturen von Verschwörungstheilogen sind immer gleich, also wir müssen jetzt was handeln, wir müssen raus auf die Straße, wir müssen eingreifen, bevor es zu spät ist, bevor uns alles genommen wird und so weiter, das hat dann immer diesen krass appellarischen Charakter, der mörderisch sein kann, wie beim Attentäter von Halle oder von Hano, die also beide glaubten, sie müssen jetzt Leute umbringen, damit nicht noch mehr Schaden entsteht. Und um dem irgendwie habhaft zu werden, was sind das für Krisenszenarien? Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, der auch das Problem hatte, dass die Eltern also so Corona-Verschwörungskram teilen und die Person hat mich dann eben gefragt, warum ist das, denen fehlt doch ja nichts, also die haben doch, die fühlen doch ein ganz okayes Leben, die haben ihr Haus und die haben ihre beiden Jobs und so weiter, wieso fangen die an, diesen Kram zu glauben? Dazu muss man, glaube ich, ein bisschen weg von der positivistischen Wissenschaft und ein bisschen mehr in die kritische Soziologie, auch wenn ich da so ein bisschen meine Eigenwahrnehmung vorantreibe und auch irgendwie es geschafft habe, in diesem nicht besonders emotionssoziologischen Vortrag auch wieder Eva Illus einzubauen, mit der ich mich lange Zeit, wahrscheinlich viel zu lange beschäftigt habe, aber ich finde, man braucht das tatsächlich, man muss irgendwie verstehen, was sind das für Krisenszenarien, die die empfinden, woher kommen diese Gefühle und warum glauben sie, dass diese Gefühle authentisch sind, also wie deuten sie die um? Ich zitiere dazu, ich erzähle ja gerne immer eine Anekdote, dass ich mal vor zwei Jahren bei Uwe Steimle war. Uwe Steimle ist ein sächsischer Kabarettist, den sollte ich porträtieren und der hat mittlerweile seinen öffentlich-rechtlichen Job, den er da hatte, verloren, weil er auch angefangen hat, Verschwörungsideologien und tendenziell rechte Sachen zu teilen und zu erzählen. Bei dem Programm, wo ich war, war das auch schon so, also da hat man die Tendenz schon sehen können, also sehr obrigkeitskritisch, autoritätskritisch, herrschaftskritisch, das ist ja an sich nichts Schlimmes, aber immer so mit diesem leichten, mit so einem leichten, süffisanten Ton, so nach dem Motto, glauben die wirklich, dass wir so blöd sind, dass wir das nicht merken, also das hatte auch schon so diese Tendenz zum Verschwörerischen, so da passiert irgendwas von dem, die nicht wollen, dass wir das wissen, aber wir decken das auf und Uwe Steimler hat einen Satz gesagt, den ich sehr stichhaltig finde, der meinte so, in Krisensituationen oder in komplexen Situationen höre ich immer auf meinen Bauch und der Bauch lügt nie und das ist tatsächlich eine Einstellung, die mir immer wieder begegnet ist bei Gesprächen mit Leuten, die schon vollblauen Verschwörungsideologen sind oder die auf dem besten Weg dahin sind und man hat eine Vorstellung von einem Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl ist authentisch. Es geht einem irgendwie nicht gut oder man sieht Nachrichten, will das irgendwie nicht so richtig wahrhaben, was das sieht und dieses sehr diffuse, das kann nicht stimmen Bauchgefühl empfindet man als einen authentischen Ausdruck dessen, dass etwas nicht stimmt und dieses Gefühl sucht Beantwortung und Bearbeitung und das wird bearbeitet, so zumindest meine These mit diesen Techniken, die in unser aller Gehirne veranlagt sind, aus gutem Grund veranlagt sind und das kann dann zu dieser verschwörungsideologischen Überzeugung führen, so zumindest meine These und um irgendwie ein Gefühl und eine Sprache dafür zu entwickeln, was das für Krisensymptomatik oder komische Bauchgefühle sind, die man entwickelt, muss man sich mit Gefühlen auseinandersetzen und mit der Idee auseinandersetzen, dass Gefühle eben auch nicht authentisch sind, dass Gefühle also auch entstehen können und sehr widersprüchliche Sachen erzählen können und dass die auch nicht im luftleeren Raum entstehen. Um dafür, sehr viele Wörter für eigentlich etwas, was nicht ganz so schwer ist, um dafür irgendeinen Begriff zu bekommen, ich empfehle nachdrücklich Illus, hier liegt es rum, bin hier so richtig gut vorbereiteter Referent, habe meine Bücher vor mir überlegen, das Buch Wahre Gefühle, das ist ein Sammelband, wo ihre Studenten sehr viele Emotionswaren, Emodities nennt, die sie beschrieben haben, also die Idee, dass man Gefühle durch Waren ausdrücken kann und das Wahre dann wahren Gefühle erzeugen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, weil wir denken ja immer, wenn wir über Gefühle nachdenken, über das Gefühl der Liebe, der Freude, der Angst und so weiter, dass das ureigene, instinkthafte Triebe sind, die absolut real sind und da macht der Kapitalismus der Sache sozusagen einen gewissen Strich durch die Rechnung, weil es ist durchaus möglich über Werbung, über Popkultur oder über gewisse Produktionsbedingungen eigentlich leblose, gefühllose Objekte mit Gefühlen aufzuladen. Ja, das ist der Grund, warum wir immer noch eine Idee davon haben, dass ein Candlelight Dinner was Romantisches ist und auch wenn man sich darüber lustig macht und irgendwie sagt, naja, also sowas Kitschiges tue ich nicht, das Setting und den Frame erkennt jeder, der hier zuhört, in jedem Film, in jedem Musikstück und so weiter und ich wette, wenn man sich also zu einem Blind Date verabreden würde und dort geht man in ein Restaurant mit schummrigem Licht und Kerzen und so weiter, setzen sofort diese Gefühle ein und man versucht die zu bearbeiten, oh, ist diese Situation jetzt wirklich so romantisch, das wusste ich nicht oder krass, sie ist so romantisch, wie ich es immer wollte und so weiter, also nur dieses Setting, nur diese leblosen Objekte sind so aufgeladen mit Gefühlen, dass es einem so vorkommt, als würde das, was über die Situation real aussagen, dabei sind das nur Aufladungen, das bedeutet im Umkehrschluss, dass Gefühle eben nicht authentisch sind, das ist immer nicht so ganz populär, das zu behaupten, man sollte, ich möchte allen, die zuhören, davon abraten, niemals auf soziologische, nicht geschulte Menschen zuzugehen und zu sagen, das, was du fühlst, ist falsch, das hört niemand gerne und man handelt sich damit eine Menge Streit ein, I can tell you und man muss aber trotzdem irgendwie, wenn man über Verschwörungsideologien sprechen möchte, die Gefühle kritisieren, ich finde, da führt kein Weg dran vorbei, E.V. Lutz schlägt dafür in diesem Sammelband im Schlusskapitel vor eine sogenannte postnormative Kritik der emotionalen Authentizität, dieser Begriff bleibt bei ihr recht leer, man formuliert nicht so ganz aus, was das jetzt eigentlich sein soll, wichtig ist aber dieses Postnormativ, dass man Leute nicht dafür verurteilt, dass sie was fühlen, dass sie widersprüchliche Emotionen fühlen, dass es ihnen schlecht geht oder dass es ihnen auch besonders gut geht, sondern dass man nur sagt, was du fühlst, muss nichts dringend mit der realen Welt zu tun haben und was dein Bauchgefühl dir sagt, muss ganz und gar nicht real sein. Du ordnest dieses Gefühl, diesem Gefühl, Dinge zu, die du draußen in der Welt siehst, dass du dich so fühlst, kann ganz, in Anführungsstrichen, banale Gründe haben, zum Beispiel, ich verstehe irgendwie nicht und das ist zumindest, es ist sehr anekdotische Evidenz jetzt meinerseits, aber in fast allen Gesprächen, die ich jemals mit Leuten geführt habe, die Verschwörungsideologen, Ideologien nahestehen, immer das Gleiche. Sie verstehen nicht, dass sie so viel leisten, so viel ackern und so viel machen in ihrem Leben und irgendwie sind andere Leute mit sehr wenig Leistung auch total reich und haben sehr viel Kontrolle über ihr Leben und sie können nicht mal zur Bank gehen und 1.000 Euro abheben. Das ist sowas, was bei mir im persönlichen Umfeld ständig diskutiert würde, also jemand in meiner Familie ist so ein bisschen, sage ich mal, bargeldskeptisch oder nicht bargeldskeptisch, sondern einfach so geldskeptisch und bargeld behaftet. Er sagt so, das ist doch mein Geld und meine Arbeitsleistung, die ich erbracht habe. Wieso kann ich nicht zur Bank, zum Automaten gehen und das abheben, wenn ich das brauche? Nun, das geht halt nirgendwo. Es hat was mit Geldwäschegesetz zu tun und da ist also so ein diffuses Gefühl von mir wird was genommen, was mir eigentlich gehört und genau hier kann man eigentlich sehr gut mit einer Klassentheorie, mit einer marxistischen Gesellschaftskritik ansetzen und überlegen, das sind Gefühle von verlorengegangener Kontrolle, Gefühle von Ungerechtigkeit, Gefühle von Fremdbestimmtheit, die da entstehen und die sammeln sich so und man möchte aber sozusagen den Schritt nicht gehen, zu sagen, ich lebe in einer grundsätzlich ungerechten Welt und arbeite völlig umsonst 40 Stunden am Tag, andere Leute müssen gar nichts machen und verdienen rechtmäßig sehr, 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 sehr viel Geld, da liegt also die Vermutung nahe dahin, das kann nicht sein, ich kann diese Selbstaufgabe nicht akzeptieren, dass mein 40-Stunden-Job irgendwie nichts bringt oder irgendwie blödsinnig ist und ich einfach nur arbeite, bis ich in die Rente gehe und dann sterbe, während andere Leute sich bereichern, so nein, das müssen das sozusagen, das kann nicht sein, es müssen böse Menschen sein, die das tun oder uns wird die ganze Zeit irgendwas erzählt, da müssen wir uns zu Tode ackern und so weiter, also mit diesen Diskursen, da kann man irgendwie einen Weg reinfinden. Ich finde, das ist mit einer der einzigen Möglichkeiten, bei überzeugten Verschwörungsideologen irgendwie einen Weg reinzufinden, es über soziale Ungleichheit und wahrgenommene Ungerechtigkeit und einfach versuchen, darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht von Leuten bewusst gesteuert sein muss oder so sein kann, sondern dass das gesellschaftlich gewachsene Prozesse ist und dann kann man dann auch wieder die Attribuierung vornehmen, also das ist eine situative Attribuierung, die da wichtig wäre, das passiert mir aus bestimmten Umständen nicht, weil jemand anderes das genauso will, weil der ein böser Mensch ist. Wie gesagt, es ist ein bisschen diffus hier, die vorher, ich müsste da wahrscheinlich irgendwie einen eigenen Vortrag dazu halten, was Authentizität von Gefühlen machen kann und was es nicht machen kann, ich finde nur, alleine mit kognitiver Dissonanz, Attribuierung, Commitment und so weiter, kommt man nicht so richtig weit, da versteht man sozusagen nur, wie was gewachsen ist und man weiß nicht genau, woher es kommt. Hier noch zwei Folien abschließend, ich habe ein bisschen die Stunde überzogen, es tut mir leid, aber ich glaube, ich habe jetzt hier im Prinzip auch alles schon gesagt, was jetzt auf diesen zwei Folien noch steht, welche Funktionen erfüllen Verschwörungsideologien, das haben wir, glaube ich, ganz gut kennengelernt, personalisierte Ursachen für systemische Unzulänglichkeiten und Krisen, da stellt man also Kontrolle wieder her, man reduziert Komplexität und man arbeitet eben auch so ein bisschen an der Vorstellung, dass man überhaupt was ändern kann, ja, also die Idee, dass man in einem gesellschaftlich unglaublich komplexen System irgendwie verflochten ist, Tag für Tag diese Ungerechtigkeiten durch seine eigene Arbeit, durch seine eigene Identität und Aussagen auch wieder mitproduziert, man macht sich also auch so ein bisschen mitschuldig, indem man also weiter daran arbeitet, das ist irgendwie ganz schwer wahrzunehmen und es ist ganz schwer, sich auch einzugestehen und es ist sehr viel leichter, also sich Kontrolle zurückzuerlangen, indem man sagt, da sind bestimmte Menschen schulden, die muss man einfach absetzen oder umbringen, dann geht das schon wieder. Dann erzeugen Verschwörungsideologien natürlich eine kognitive Entlastung, also es geht auch davor, ich bin da jetzt nicht mehr dran schuld, ich bin der gute Mensch, da sind die bösen Menschen, meine Schuld ist das nicht. Man kann negative Emotionen sehr gut verarbeiten, ohne sein Selbstweltbild zu verlieren, das nennt man in der klinischen Psychologie Resilienz und das ist auch, wie gesagt, nochmal anschließend an die eigentliche These, die ich habe, was sehr Gutes und was sehr Gesundes, Leute, die psychische Pathologien entwickeln, haben häufig keine Resilienz, schlechtes Selbstwert, kein Selbstwertgefühl, schlechtes Selbstbild und es geht ihnen ausgesprochen schlecht damit wahrzunehmen, dass sie Teil dieser Welt sind und die Welt irgendwie ungerecht ist und es geht einem sehr viel besser, Narzissen geht es zum Beispiel auch immer sehr gut, die haben meistens ja auch gar keinen Anlass irgendwie zu einer Therapie zu gehen, weil es ihnen nichts fehlt, die entlasten das, indem sie immer sagen, das sind eigentlich immer nur die anderen, die daran schuld sind, mit mir das nichts zu tun und letztendlich noch eine Erkenntnis, die jetzt nicht zwangsläufig auf Marxismus hinauslaufen muss, einfach etwas aus der Sozialpsychologie, das hat auch was mit der Art und Weise zu tun, wie wir über Dinge nachdenken. Es gibt ein menschliches, zutiefst menschliches, evolutionär gewachsenes Bedürfnis zur Ursachenfindung von Sachen, es gibt eine menschliche, angeborene Neugier und auch ein Erfindungsgeist, der steckt in uns allen so ein kleines bisschen drin, der unterscheidet uns vom Affen und der sorgt immer noch dafür, dass man also über alles versucht nachzudenken, sich das zusammenzureimen. Die Frage ist nur, wie reibt man sich das zusammen? Kommt man zu einem verkürzten Schluss oder zu einem hochkomplexen Schluss, für den man meistens gar keine, also wenn man jetzt nicht sich beruflich damit beschäftigt, keine Zeit und auch nicht die Sprache hat, die tatsächlich komplexen Interdependenzketten, wie der Soziologe sagen würde, zu finden. Noch mal eine kurze Zusammenfassung. Eieiei, Sekunde. Also was ich mit dem Vortrag insgesamt ausdrücken möchte, ist, man sollte Verschwörungsideologien nicht als so Einzelfänomenen von einigen wenigen Irren betrachten, wie es leider immer noch gemacht wird, gegen die man nichts tun kann. Dieselben Narrative hören wir immer wieder, wenn es um Rassismus, Rechtsterrorismus oder, oder, oder geht. Ja, das sind bedauerliche Einzelfälle, psychisch gestörte Täter und so weiter. Das mag alles sein, aber auch diese psychischen Störungen und diese Einzeltäter entstehen nicht im luftleeren Raum. Diese Krisen, die die verarbeiten, treten offensichtlich regelmäßig auf, ohne jetzt Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Aber man kann da auch schon mal darüber nachdenken, warum tritt das denn immer wieder auf? Was bearbeiten die damit? Und wie genau vollzieht sich dieser Radikalisierungsprozess bei Verschwörungsideologien, den man, wie gesagt, jetzt sehr gut live mitverfolgen kann bei verschiedenen Protagonisten? Ich finde, Verschwörungsideologien sind ein Massenphänomen in der westlichen Welt. Das heißt nicht, dass alle diese Leute so radikal sind, dass sie jetzt Demos veranstalten, irgendwelche Widerstände organisieren oder zur Waffe greifen. Aber diese Umfragedaten, die ich am Anfang gezeigt habe, zeigt, glaube ich, ganz gut, dass so eine gewisse Grundskepsis, die in Richtung Verschwörung deutet, auch häufig in Richtung antisemitische Verschwörung deutet, echt ein Massenphänomen ist und nicht bloß ein Randphänomen. Und das hat eben was damit zu tun, dass diese Leute nicht krank sind, sondern eine funktionale Psyche haben und die verarbeiten Krisen. Die Einfallstore für Verschwörungsideologien, das ist das, was ich versucht habe, mit der Gefühlskritik ein bisschen auf den Punkt zu bringen, sind in so Weltbildern und in so Alltagsmythen angelenkt. Die Aufklärung und dieses Zeitalter, in dem wir glauben, in dem wir leben, ist eben gerade nicht immun dagegen, sondern die befördert das. Liberale, neoliberale, bürgerliche Ideologie, was meine ich damit? Also die Idee zum Beispiel, jeder kann es schaffen. Oder jeder ist seines Glückes Schmied. Das meine ich mit Alltagsmythos. Das ist ein Alltagsmythos, der wird so reproduziert, der wird so bearbeitet. Man kann davon jetzt halten, was man will, aber ich glaube, dass viele, viele Leute das irgendwie auch verinnerlicht haben. Das ist zutiefst bürgerliche, neoliberale Ideologie, weil irgendein Verständnis von Gesellschaft und von Diskriminierung, Klasse, Ungleichheit zu entwickeln, bedeutet eben genau das Gegenteil. Natürlich kann es nicht jeder schaffen. Jeder hat irgendwie einen freien Willen, aber die Möglichkeiten des Handlungsspektrums sind eingeschränkt durch gesellschaftliche Strukturen. Und wenn man an diese Grenzen tritt sozusagen, wenn man also das Gefühl hat, ich bin theoretisch ein wirkmächtiger, handlungsmächtiger Mensch, der sich immer am Kopf aus der Scheiße ziehen kann und der es immer irgendwie zu Erfolg schaffen kann, wenn ich es nur richtig will, zutiefst neoliberale Ideologie. Und man wird dann konfrontiert mit Sachen, die einem vor diesem Hintergrund quasi unerklärlich erscheinen. Wieso verdiene ich eigentlich am unteren Drittel? Wieso arbeite ich so viel? Wieso habe ich, wieso finde ich keine Freundin? Ich glaube, das ist auch bei, das hattet ihr vor kurzem mit im Vortrag von Veronika Kracher bei den Insels, da ist das genau so ein Problem. Also das kann theoretisch ja gar nicht sein. Ich bin doch so ein toller Typ, ja, deswegen hat das auch was mit Männlichkeit zu tun. Ich bin doch so ein begehrenswerter, handlungsmächtiger Typ, der immer alles selber machen kann. Irgendwas gelingt hier nicht. Daran muss jemand konkret schuld sein, der mir das verhindert. Bei den Insels sind das dann die Frauen, die den Zugang zu Sex untersagen. Man kann das aber auch auf ökonomische Prozesse und auf Arbeitsmarktprozesse anwenden, dass man also, wenn man einen Job nicht bekommt, das Gefühl hat, ein Unternehmen geht einen Bach runter, wie das jetzt gerade leider so häufig der Fall ist. Und dass man dann schnell zu dem Schluss neigt, ich kann da selber keine Kontrolle herstellen. Ich bin jetzt offensichtlich nicht dieser starke Mann, der das hinkriegt. Das darf nicht sein. Da muss irgendjemand sein, der da gegen mich ist. Und diese Person hat Namen und Gesicht und die kann man angreifen. Und zum Schluss noch ein Plädoyer. Dafür die Sozialpsychologie, falls, oh, ich habe mich da verschrieben, sehe ich gerade, aber ist ja auch egal. Falls jemand anfängt, Hausarbeiten zu schreiben oder sich darüber näher Gedanken zu machen, kognitive Dissonanz, Attributionstheorie und so weiter. Mit Sozialpsychologie allein, das ist ein sehr spannendes Fach und ich liebe es sehr. Und man kommt damit immer nur begrenzt weit. Ja, also man kann damit immer nur Sachen im Entstehen begreifen. Man weiß nie so richtig, wo sie herkommen. Man muss ein kleines bisschen in Soziologie mitdenken, Konstruiertheit von Gefühlen betrachten, Bearbeitung von Gefühlen betrachten und sich auch mit Ideologien beschäftigen und mit, das Wort darf man ja eigentlich fast gar nicht mehr sagen, mit Ideologiekritik. Habe ich jetzt hier noch irgendetwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich habe fast 90 Minuten gesprochen. Ach ja, genau. Hier ist noch ein Blatt. Ich kann, wie gesagt, gerne jedem, der irgendwie damit was anfangen möchte, das auch nochmal zuschicken. Das muss jetzt keiner mitschreiben oder so. Ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben, dann schicke ich euch diese Folien hier gerne zu. Textinformationen, Literaturinformationen, weiterführendes Material zu dem, was ich erzählt habe. Sehr, sehr gut. Gerade eben erschienen, im Mai erschienen, Pierre Lamberti und Katharina Nockhorn, Fake Facts, eine sehr gute Einführung in viele moderne Verschwörungsideologien, woher sie kommen. Da wird auch nochmal diese Begriffsgeschichte bearbeitet. Da tauchen viele dieser Sozialpsychologie-Sachen auf, die ich jetzt hier auch erzählt habe. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht davon, dass die zum Teil auch in derselben Reihenfolge der Erklärung vorgehen. Es ist ein gelungenes Buch und das war wahrscheinlich lange geplant und dann kam Corona und die haben es auch geschafft, hier tatsächlich noch in diesem Corona-Kapitel Last Minute einzubauen. Allein dafür schon Respekt. Wer sich aber schon Eingänger damit beschäftigt hat mit Verschwörungsideologien, dem wird das vielleicht ein bisschen zu wenig sein. Es bleibt halt sehr einführend. Aber wer nochmal eine umfassende Einführung braucht, die wirklich gut und verständlich geschrieben ist, das wäre das. Einen guten Überblick über viele moderne Verschwörungsideologien, die jetzt wieder virulent sind und vor 20 Jahren eigentlich mal fast verschwunden waren, bietet dieser Sammelband von Samuel Salzborn Antisemitismus seit 9-11. Da geht er also auf das Phänomen ein, dass mit den Terroranschlägen vom 11. September auf einmal wieder sehr viele Verschwörungsideologien Konjunktur hatten, insbesondere antisemitische. Auch das ist vor dem Hintergrund dieses Vortrags ja dann kein Zufall. Man kennt also einen Riss in der für als gerecht wahrgenommenen Welt. Das kann irgendwie nicht sein, Terroranschläge und so weiter. Wieso passiert hier sowas? In diesem Sammelband wird das nochmal sehr ausführlich anhand vieler, vieler guter Beispiele gesprochen. Sehr zu empfehlen auch der Beitrag von meinem Kollegen Jakob Bayer über Antisemitismus im Deutschschlip, der das da nochmal sehr viel intensiver besprochen hat, als ich das machen kann. Wer sich allgemein für das interessiert, was ich jetzt hier nicht gemacht habe, nämlich ständig einzelne Inhalte von Verschwörungsideologien aufzuzählen, was ist da genau der Gedanke dahinter, wieso ist die Erde hohe, wieso denken manche die Erde ist flach, wieso denken manche die Mondlandung ist gefälscht, auf welche Quellen berufen die sich da und so weiter. Das empfinde ich mittlerweile alles als sehr mühsam und auch nicht sehr wirkungsvoll. Aber wer sich dafür interessiert, kann sich auf der Seite psiram.com informieren. Ich erinnere mich, dass es das letzte Mal, als ich den Vortrag gehalten habe, jemand auf mich zukam und gesagt hat, dass auch diese Seite ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Ich weiß aber nicht mehr, warum. ich überlasse es hier einfach mal im Raum stehen. Siram steht für irgendwie Pseudowissenschaft und irrationale Überzeugungssysteme und so weiter. Da kann man alles so wirklich im Detail nachlesen. Bis zu der Urverschwörung des Antisemitismus, wo die angeblichen Protokolle der weisen Verziehung herkommen, wie die gefälscht wurden, Quellengeschichte und auch diesen ganzen Echsen-Mensch-Quatsch, so auf was berufen die sich, woher kommt diese Vorstellung, dass Leute irgendwie angeblich Reptilien sind und so weiter. Wer das wirklich wissen will, geht da drauf und dazu wird immer gleich mitgeliefert das Debunking, also die Gegenanzeigen, die Fakten, die das neutralisieren sollen, was in light of this Vortrag mit den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben über Sozialpsychologie meistens nichts bringt. Deswegen finde ich das ein bisschen frustrierend. Alle sozialpsychologischen Experimente und Erkenntnisse und Befunde, sämtliche, die ich hier genannt habe, sind entnommen, aus einem großen Lehrbuch Sozialpsychologie, Social Psychology von Smith und sehr vielen weiteren Autoren. Das ist ein absolutes Standardbuch, das wird aller zwei Jahre, glaube ich, immer wieder neu aufgelegt, verkauft sich jedes Mal ganz hervorragend. Das ist ein wirklich, wirklich gutes Buch, leider sehr teuer, aber vielleicht findet man das ja auch in der Bibliothek und wäre allgemein. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn man keine Ahnung hat, worüber man mal eine Hausarbeit in der Soziologie schreiben soll, schlägt man das einfach an der Mitte auf und erfährt irgendwas Verrücktes über Gehirne von Leuten und wie die so umgehen mit ihrer Welt. Da ist eigentlich immer was drin. Nochmal weiterführend zu den Sachen, die ich jetzt hier zum Schluss nur so ganz grob angekündigt habe. Wie gesagt, ich wollte hier nicht wieder den vollblown Marxisten raushängen lassen, aber dass Verschwörungsideologien gerade in kapitalistischen, westlichen Gesellschaften, insbesondere auch gerne im linksliberalen Milieu und so weiter, häufig auftreten können, insbesondere in solchen Gesellschaften und Charakteren, die sich für progressiv und aufgeklärt halten, ist kein Zufall und auch, dass der Antisemitismus so eine Kontinuität hat als eine Verschwörungstheorie, die es seit dem Mittelalter gibt, das ist auch kein Zufall. Wer verstehen möchte, wie Antisemitismus und Kapitalismus genau zusammenhängen, warum das immer wieder diese selben Schlüsse zur Folge hat, die zum Teil tödlich sein können, dem empfehle ich, das ist ein Vortrag von dem von mir hochgeschätzten Lothar Carlo Bergemann. Die Vorträge sind alle hochgeladen bei Emanzipation und Frieden und ja, das ist einer der besten dazu, gefährliche Welterklärung, personalisierender Antikapitalismus und seine Nähe zum Antisemitismus. Und alles zur Emotionssoziologie, Kritik der Authentizität von Gefühlen, habe ich schon gesagt, ist hier im Wahre Gefühle von Illus. Illus generell sehr gut tauglich, um sich mit Kritik an Gefühlen und gefühlter Wahrnehmung und wahren Gefühlen und so weiter auseinanderzusetzen. Auch gut Ali Hochschild, The Managed Heart ist da das, ist da mit ihr wichtigstes Buch, wo es darum geht, wie man Gefühlsarbeit leistet, also wie kann ich unangenehme Gefühle unterdrücken, wann wird das von mir verlangt oder wie kann ich irrationale Gefühle provozieren, wie werden sozusagen Gefühle künstlich hervorgerufen durch Waren und so weiter und zur Einführung, die, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich bei der studiert habe, Helena Flammen in Leipzig, er hat eine Einführung über Emotionssoziologie geschrieben, wer gar nichts von all dem jemals gehört hat, der wird vielleicht eher mit der Einführung glücklich, als gleich in die Ilus abzutauchen. Ja, Helena Flammen, vielleicht nicht die allerbeste Dozentin, aber trotzdem ein tolles Buch. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war dann doch nicht zu lang für so einen Freitagabend, es ist immerhin fast halb zehn. Vielen Dank für alle, die hier ihren Freitagabend geopfert haben, mir hier zuzuhören, mich beim schwitzen zu beobachten in meinem Zimmer und ja, auf dieser Seite findet ihr Kontaktmöglichkeiten, bei denen ihr mich anschreiben könnt. Da kann ich gerne alles Mögliche, was ich da habe, auch zusticken, falls da Bedarf ist und ansonsten freue ich mich jetzt auf die eine oder andere Frage vielleicht. Danke, Konstantin. Hörst du mich? Ich höre dich. Perfekt. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag und überziehen ist diesmal natürlich gar kein Problem, weil wir sind diesmal ja nicht auf den Hörsaal angewiesen, aus dem man uns rausschmeißen könnte. Ganz zum Anfang möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr immer noch jederzeit Fragen sowohl auf YouTube in Chat als auch uns auf Instagram oder Facebook schicken könnt. Vielleicht ganz zum Anfang, du hast vorhin über Pattern Recognition und Korrelation und Kausalität geredet. Hier in Freiburg finden gerade wöchentlich auch immer wieder Corona-Demos statt und eine der häufigsten Sachen, die dann in so direkten Konfrontationen auftaucht, ist tatsächlich, wenn man eine Karte der Infektions-Hotspots von Corona hinlegt und darüber eine Netzabdeckung das 5G-Netzes legt, dann überlappt sich das natürlich, was, wenn man irgendwie natürlich einen Schritt weiterdenkt, merkt man relativ schnell, ah ja, okay, wahrscheinlich 5G-Netz ausgebaut in Ballungsgebieten, wo sind natürlich Infektions-Hotspots, Ballungsgebiete. Aber, und da kommt jetzt direkt die erste Frage, was ist eigentlich deine Strategie, um mit VerschwörungsideologInnen zu diskutieren, beispielsweise zuhören, kritisieren oder eher emotionalisieren? Meine Strategie, es ist natürlich nicht so leicht, das zu beantworten, weil ich würde das mit sehr viel mehr Inbrunst vortragen können, wenn ich jemals geschafft hätte, jemanden zu überzeugen von dem Gegenteil. Meine Strategie wäre auf jeden Fall wichtig einhaken, bevor die Leute zu vollkommen überzeugten Verschwörungsideologen geworden sind, dann fällt mir nämlich nicht mehr viel ein. Die Diskussion mit diesen Leuten erweist sich als sehr unfruchtbar. Man macht meistens sogar die Sache eher schlimmer, wenn man mit denen diskutiert und Fakten einwirft und sie versucht zu überzeugen, weil die, wie gesagt, aus den genannten Mechanismen heraus dazu neigen, das in ihre Ideologie mit einzunehmen und sie glauben dann, sie haben noch mehr Recht als vorher, wenn man ihnen also gesagt hat, was daran alles nicht stimmt. Da ist dann wirklich fast nichts mehr zu machen, kann man irgendwie auf eine Eingebung hoffen oder nicht. Wo man aber auf jeden Fall was machen kann, ist es, wenn Leute so Memes teilen oder so alternative Quellen teilen, so Verschwörungsvideos teilen und skeptisch sind und irgendwie das zum ersten Mal sehen und das irgendwie überzeugend für überzeugend halten, da kann das durchaus total sinnvoll sein, mit denen ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wieso vertraust du der Quelle und einer anderen nicht? Also woher kommt dieser generelle Zweifel? Guck mal hier, hier gibt es auch noch Alternative und andere Sachen, die irgendwie genau das Gegenteil ausdrücken. Was man nicht machen sollte, ist die Leute also für dumm zu erklären oder auf die zuzugehen, sich darüber lustig zu machen, sie zu pathologisieren, zu sagen, du bist doch vollkommen verrückt geworden, wer glaubt denn an sowas? Das hat schon, dieser Prozess ist schon eingetreten. It's over, ja. Brauchst du mit denen nicht darüber reden, dass sie das gelesen haben und für stichhaltig halten und man sollte sich dann schon auf diesen Inhalt konzentrieren. Es gibt eine anhaltende Diskussion darüber, wie sinnvoll Faktenfinder und Faktenchecks sind. Twitter löscht jetzt seit einer grauen Zeit so Sachen, die sie für verschwörerisch und tendenziell gefährlich halten. Bei YouTube wird unten zu Corona jetzt immer eingeblendet. Informationen zu Covid-19 finden Sie hier. YouTube löscht Verschwörungsvideos seit kurzem und Tagesschau-Faktenfinder und so weiter gibt es ja auch seit kurzem, die sich also umfangreich mit Verschwörungsnarrativen beschäftigen und da immer Gegenanzeigen veröffentlichen. Es gibt da unterschiedliche Einschätzungen dazu, gemischte Einschätzungen dazu, ob das wirklich was bringt. Wie gesagt, überzeugte Ideologen macht man damit quasi nur noch schärfer, weil sie das Gefühl haben, das sind die Mainstream-Medien, die jetzt hier in Angriff schalten. Deswegen müssen wir umso mehr publizieren. Aber es gibt wohl auch Hinweise darauf, dass zumindest das Löschen oder das Korrigieren und das Anfeinden, das öffentliche Anfeinden von diesen Angreifen, nicht Anfeinden, sondern Angreifen, Kritisieren von Falschinformationen zumindest dazu führt, dass die Leute glauben, okay, wenn ich das in der Öffentlichkeit sage, dann handele ich mir ganz schön Ärger ein, das sind offensichtlich nicht alle, die so glauben. Also der Gedanke, der bei Verschwörungsideologen ganz, ganz gefährlich ist, ist die Idee, theoretisch zu glauben, dass alle so, alle sind so, das bedeutet, ich bin im moralischen Recht, selber zu handeln. Danke dir. Die nächste Frage, es hat auch, alles gerade wunderbar aktuellen Bezug, ist aber bei dem Thema auch gerade nicht verwunderlich. Ja. Bei uns findet morgen in Freiburg tatsächlich eine Mahnwache von einer Koalition aus Friedensbewegten statt. Deswegen vielleicht hier zu passend die nächste Frage, die uns geschickt wurde. Wenn du dafür plädierst, dass Verschwörungsideologien zumindest im Kern eine gewisse Logik und Rationalität haben müssten, haben, müssten VerschwörungsideologInnen dann nicht auch deutlich kritikfähiger sein, als sie es de facto sind. Müsste es nicht beispielsweise leichter möglich sein, auch Friedensbewegte wieder zurückzuholen auf den Boden emanzipatorischer Politik? Das ist eine extrem schlaue Frage und die berührt sozusagen Probleme, die ganz fundamental sind, weil das ist eben genau das Problem mit der sogenannten Vernunft und der Kritik an der Vernunft, dass man das Gefühl hat, vernünftig zu handeln und nach logischen Prinzipien zu handeln und gleichzeitig dabei aber natürlich unbewusste Annahmen trifft über die Welt, die einem nicht klar sind. Das ist ja das Kernprinzip von Ideologie. Ideologie ist nicht ein ausformulierter, religiöser Glaube, dass man alles über die Welt irgendwie, man hat für alles eine Antwort wie so ein Pastor oder so und man hat immer eine Bibelstelle, die man da zitieren kann für irgendwelche Probleme, die man hat. Ideologie bedeutet in weiten Teilen auch, dass man unbewusste Annahmen über die Welt hat, die man so nicht ausformuliert hat, die man beigebracht bekommen hat, die man verinnerlicht hat, die man so gar nicht kennt. Zum Beispiel die Idee, dass man grundsätzlich der Überzeugung ist, eben in einer gerechten Welt zu leben oder in einer Welt zu leben, die überwiegend aus Menschen besteht, die das Gute wollen. was dann eben, wie gesagt, dieses Problem herbeiführt, dass ja trotzdem in der guten Welt mit guten Menschen, die alle Gutes wollen, böse Dinge passieren. Und das kann man nur greifen, indem man entweder ein Bild von Gesellschaft entwickelt oder indem man glaubt, dass es bestimmte böse Menschen gibt. Das Problem bei der Friedensbewegung, das ist ja wirklich auch kein kleines Problem. Also ich war letztes Jahr beim Parteitag der Linken in der ostdeutschen Linken, in der sächsischen Linken ist die Friedensbewegung eine richtig große Nummer. Die haben da richtig viel zu sagen. Das sind nicht alles Verschwörungsideologen. Die sind auch nicht alle vollkommen verrückt geworden. Aber das ist denen sehr wichtig, dass immer und überall ständig über Frieden gesprochen wird. Und daraus entleiten die bestimmte politische Folgeschlussfolgerungen ab, nämlich logischerweise irgendwie gegen Krieg zu sein und abzurüsten und Staaten zu verteufeln, die auf irgendeine Art und Weise Krieg führen. Das ist natürlich eine verkürzte Form von Gesellschaft, weil es zum Beispiel Wahrnehmung von Gesellschaft, weil es zum Beispiel auch den Gedanken eliminiert, dass man Faschismus nichts entgegensetzen kann, wenn man nur für Frieden ist und abrüstet und so weiter. Das ist echt schwer, mit solchen Leuten dann ins Gespräch zu kommen, eben nicht, weil sie irrational sind, sondern gerade, weil sie rational sind, weil sie eine Binnenlogik haben und ihnen nicht klar ist, welche irrationales Aktion, welche irrationale Grundannahme über die Welt dem zugrunde liegt. Und es wird einem nicht immer gelingen, es wird auch mir nicht immer gelingen, das immer im Moment des Entstehens dann aufzudecken. Woran glaubt dieser Mensch und er weiß es gar nicht ganz bewusst, dass er daran glaubt? Welches innere Weltbild würde man da erschüttern, wenn man ihm das sagt, dass es vielleicht doch nicht so ist, dass die Welt Kapitalismus grundsätzlich irgendwie für Fortschritt und Gerechtigkeit und Gesellschaft sorgt und so weiter. Da müsste man regelrecht psychoanalytisch vorgehen vielleicht, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich, es ist eine schlaue Frage und die berührt wirklich so ein grundsätzliches Problem bei Verschwörungsideologen, dass denen nicht klar ist, an welchen Punkten sie ideologisch sind und dass man auch selber nie wirklich ideologiefrei spricht und reden und denken und schreiben kann und auch sich immer selber so ein bisschen befragen muss, was sind denn eigentlich meine Annahmen über die Welt, die ich so treffe und die daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zur Folge haben. Ja, selber vor mich vor mich hingesprochen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wirklich was beantwortet hat. Das werden wir sehen. Vielleicht schreibt die Person ja auch nochmal. Aber du hast gerade die Psychoanalyse erwähnt. Das trifft sich ganz gut. Bei uns im YouTube-Chat hat Rosa Salon die Frage gestellt, ich habe nicht den ganzen Vortrag mitbekommen, aber kannst du sagen, wie der Bezug von Ilus konstruiert hat von Gefühlen zur Psychoanalyse ist? Lehnen Ilus und somit vielleicht auch du die Psychoanalyse ab? Ich lehne die Psychoanalyse auf keinen Fall ab. Ilus, ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass sie in ihrem Gesamtwerk so sehr viel Bezug auf Psychoanalyse nimmt. Und bei Ilus hat er aber auf jeden Fall und das ist ja auch der Grund, warum ich diese Folie mit reingenommen habe, eine Vorstellung vom Unbewussten. Ob man das jetzt schon gleich psychoanalytisch nennen möchte oder nicht, weiß ich nicht. Aber wichtig bei ihr als kritische Soziologin und wichtig auch für das, was ich versucht habe zu erzählen, ist die Vorstellung, dass es unbewusste Affekte gibt, denen man vermeintlich natürliche, also im Sinne einer zweiten Natur, Emotionen zuordnet. Also man hat, weiß ich nicht, eine diffuse Abstiegsangst und der ordnet man dann eben zu, dass es bewusst gesteuerte Probleme auf der Welt gibt, die dafür sorgen, dass man eben absteigt. Aber eigentlich kommt diese Angst vor was ganz anderes, sind Verlustängste, kindliche Ängste, narzisstische Kränkung spielt eine große Rolle bei Verschwörungsideologen, also die Idee, dass man halt theoretisch alles können kann, könnte, müsste und dann tritt das irgendwie doch nicht so ein und das ist eine starke Kränkung insbesondere für Männer, die dann irgendwie glauben, Handlungsmacht wiederherzustellen, indem sie Schuldige finden und die auszuräumen. Das spielt bei Elus und ihrer Kritik an Emotionen immer eine Rolle, dass also hinter den vermeintlich authentischen Gefühlen, die man so hat, insbesondere ist sie eine große Kritikerin der romantischen Liebe, die romantische Liebe ist für die meisten Menschen total rational und wird nicht in Frage gestellt, dass etwas sozusagen ganz Natürliches ist, was jeden Menschen trifft, wie Amos, und so weiter, da ist Elus eine starke Kritikerin und das macht, die Kritik daran nimmt sie auch vor mit einem Konzept des Unbewussten, also dass man da unbewusste Sachen verinnerlicht hat, die man als kritische Soziologe aufdecken muss, um ja so eine Art von Ideologiekritik zu üben. Ich glaube also ganz ohne Psychoanalyse geht es nicht. Ganz kurz, bevor ich zur nächsten Frage komme, auch noch aus dem YouTube-Chat, ein Herz-Emoji. Danke von Tapsi und Michi, war wieder super und gar nicht zu lang. Die beiden hast du auf jeden Fall bei den letzten beiden Vorträgen hier schon kennengelernt. Danke. Süß. Zur nächsten Frage, du hast ja vorhin Michael Butter zitiert. Ja. Michael Butter übrigens hier in Freiburg habilitiert. Ach stimmt, er stimmt. Ja. Kennst du den? Ich kenne den tatsächlich noch. Der hat seine Habilschrift in unserer Fachbereichsbibliothek geschrieben. Der hat ja in Anglistik und Amerikanistik habilitiert. Ja. Lass uns später nochmal über den reden. Sehr, sehr gerne. Ich habe mehrere Fragen zu dieser Person. Auf jeden Fall hatte er ein Interview dieses Jahr im Februar am 23. in Zeit Online, wo er sagt, Verschwörungstheorien waren früher deutlich einflussreicher als in der Gegenwart. Glaubst du, er beißt sich da gerade so ein bisschen auf die Zunge? Also gerade jetzt nach den letzten zwei Monaten? Das ist gut möglich, wobei er natürlich auch nicht ganz Unrecht hat. Das widerspricht zwar auch so ein bisschen dieser Mainstream-These, die ich jetzt hier vorgebracht habe, aber ich erinnere mich noch ganz gut, also zum Beispiel mein jetziger Chef hat promoviert zu Verschwörungsmythen und Verschwörungsglauben im Renaissance-Zeitalter und Quatsch, in den 20er Jahren ausgehend vom Renaissance-Zeitalter. Ich habe letztens irgendwann mal den Rüdiger Safransky zur Romantik gelesen, der da auch darüber spricht, dass Geheimbundromane, Geheimbundmythen und so weiter im Mittelalter und in der Renaissance-Zeit eine extrem große Rolle gespielt hat und dass es ganz beliebt war bei Leuten, dass sie das gelesen haben und da so eine allgemeine diffuse Vorstellung davon, dass es abstrakte dunkle Mächte gibt, die irgendwie die Geschicke der Welt leiten, noch sehr viel prominenter war, was natürlich auch was damit zu tun hat, wie weit die Aufklärung da damals schon fortgeschritten war, wie weit die Wissenschaft und die rationale Wissenschaft und die Naturwissenschaft schon fortgeschritten war. Man darf nicht vergessen, es gab auch noch vor 200 Jahren, das ist noch nicht so ultralange her, sehr viele Dinge da draußen in der Welt, die konnte man sich gar nicht erklären. Also man hat gar keine Vorstellung davon, wie sich zum Beispiel die Pest vollzog. Man dachte da auch irgendwie daran, das trifft nur ganz bestimmte Menschen aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Sünden und so weiter. Man hat diese albernen Pestmasken dort gebaut, weil man geglaubt hat, diese Kräuter, die da drin sind, die bringen irgendwas. Wir nennen das heutzutage alles irgendwie Verschwörungstheorien, aber das war natürlich größtenteils auch Aberglaube. Ich glaube, das ist das, was Michael Butter irgendwie ausdrücken möchte, dass es halt noch sehr viel breiter verteilt war. Allerdings bewahrt uns nichts davor, dass die Gesellschaft, die in 200 Jahren von jetzt von uns woanders ist, auch über uns so nachdenkt. Also so vollzieht sich halt, so schreitet halt Wissen nach vorn, hoffentlich. Ja, gut möglich, dass er sich da jetzt gerade auf die Zunge beißt, wobei es gibt keinerlei richtige, erhebende, faktische, empirische Einschätzung dazu, wie einflussreich jetzt Corona-Verschwörungsmythen sind, wie viele Leute sich jetzt tatsächlich nicht impfen lassen würden, gäbe es einen Impfstoff, weil sie impfskeptisch sind, weil sie an den Virus nicht glauben und es gibt ja, schließlich darf man auch nicht vergessen, breite, weite Teile der Bevölkerung nehmen das schon sehr ernst und nehmen das auch mit den entsprechenden Techniken ernst. Zwölf Millionen Downloads hatte diese Corona-App jetzt, das hätte ich, glaube ich, nicht vorher gesagt. Hätte man mich jetzt vor drei, vier Wochen gefragt, wie viele Leute sind bereit, sich so eine App zu ziehen. Ich denke dann an meine technik-skeptischen Eltern, die bei Apps sowieso schon das Weite suchen und an andere Leute, die dem Virus gegenüber skeptisch sind. Das ist schon eine echt große Zahl von Leuten, die das da mitnimmt. Ich glaube, da hat der Herr Butter nicht so ganz Unrecht. Hast du sie dir runtergeladen? Ich habe die natürlich runtergeladen. Ich auch. Keine Risikokontakte bis jetzt. Ich frage mich, welches Achievement man freischaltet, wenn man die 14 Tage hat. Wir werden es spätestens in, glaube ich, knapp einer Woche erfahren. Aber weil wir gerade schon bei Zeit Online und der Presse waren, ich zitiere mal ganz kurz aus einem Artikel eines meiner absoluten Lieblingsjournalisten. Anselm Neft. Nee, nicht ganz. Warten wir mal ab, vielleicht erkennst du das Zitat sogar. Okay. Zitat, die Unterscheidung zwischen einer rechtsextremen Gesinnung und Verschwörungsideologien, die das BKA offenbar anstrebt, macht ratlos. Zwar gibt es auch im linken politischen Spektrum Anhänger von Verschwörungstheorien, den in der vergangenen Jahren erstarkten rechten und rechtsextremen Diskursen liegen jedoch sehr häufig Mythen zugrunde, die einen Ausnahmezustand entwerfen. Der Kulturkampf der Tag X. Kommt dir bekannt vor? Diese Sprache kommt mir bekannt vor. Dieses macht ratlos. Vukadinovich schreibt so, aber der schreibt nicht bei Zeit Online. Ich weiß nicht, wer das ist. Nee, es war auch nicht bei Zeit Online. Ach so. Also der Artikel heißt Der Wahn ist politisch. Ist erschienen im Freitag von Ach, das ist von mir? Was sagt er in der Wort nicht? What the fuck? Macht ratlos, habe ich da reingeschrieben? Ja, tatsächlich. Danke dir für das Kompliment. Und da ist tatsächlich meine Frage, kannst du da ganz kurz auf diesen Unterschied zwischen Verschwörungsideologie im linken und im rechten Spektrum eingehen? Ich fand ganz interessant, ich habe vor kurzem auch noch ein Interview geführt mit einer Promovierenden, die bei Butter promoviert und mit Gott, oh Gott, es fällt mir ihr Name nicht ein, aber auf jeden Fall, es war ein sehr aufschlussreiches Interview mit ihr, sie promoviert zu Verschwörungsideologien und sie hat sozusagen auch gesagt, das ist so eine eher unangenehme und eine Erkenntnis ist, mit der es sich so ein bisschen fremdelt, dass es dieses linksliberale Bürgertum, wie sie es genannt hat, zum Teil aus so einer Naturverbundenheit, Nachhaltigkeitsgedanken und so weiter zu Verschwörungsideologien neigt, in dem Sinn, dass sie also glauben, es gibt bestimmte Schadstoffe in der Nahrung, die man umgeht, indem man halt möglichst bio isst oder irgendwie möglichst einfach gewisse Sachen einfach gar nicht mehr isst oder sich halt auch nicht impfen lässt, keinerlei Pillen nimmt, keine Medikamentin nimmt, nie zur Apotheke geht und alles immer erst mal mit alternativen Heilmethoden bearbeitet. Das muss ja in erster Linie jetzt noch nicht verschwörerisch sein, so darüber nachzudenken, das ist ja einfach so eine Art von Öko-Idee, die einfach auf falschen Annahmen beruht, aber der Gedanke legt natürlich dann nahe, sich zu fragen, da wird wirklich eine Menge Geld gemacht mit Pharmazeutik und mit diesen Dingen, wer will denn eigentlich das und wer hat dann vielleicht auch ein Interesse daran, dass es Allergien gibt oder dass es halt irgendwelche Krankheiten gibt, gegen die man dann nur noch mit diesen Mitteln vorgehen kann. Ich glaube, der große Unterschied zwischen rechten und linken Nachdenken über Verschwörungsideologien ist, dass viele Linke zumindest noch eine Vorstellung davon haben, dass die Welt, in der sie leben, eben nicht gerecht ist. Also, dass es irgendwie schon eine systematische und eine systemische Ungleichheit gibt, was dann eben nicht so ganz so schnell zu diesen Kurzschlüssen führt, dass man irgendwie sagt, jemand will das, dass das so ist, jemand nimmt mir das weg. Rechte sind immer sehr schnell im Ausnahmezustand, im Krisenzustand, da geht es immer sehr schnell um Waffen und bewaffneter Widerstand und so weiter. Das sehe ich jetzt bei Linken zumindest nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendeine Linke, selbst militante Linke Gruppe in den letzten 20 Jahren mal zum bewaffneten Volkswiderstand irgendwie aufgerufen hätte oder so. Da ist noch viel eher so diffuser und ich glaube einfach weniger Bereitschaft zur Gewalt, weil man das Gefühl hat, man kämpft sowieso gegen ein abstraktes System und nicht gegen konkrete Leute. Aber das ist wirklich so ein bisschen vor mich hin fabuliert, um ehrlich zu sein. So richtig ganz genau weiß ich das nicht. Interessant finde ich, wie gesagt, nur den Fakt alleine, dass sie mir in dem Interview gesagt hat, ich muss die jetzt googeln. Luise Hammel. Luise Hammel, genau, Luise Hammel. Die habe ich jetzt sogar gefunden über euch, glaube ich. Und dass sie auch sozusagen gesagt hat, es tut mir ein bisschen leid, das festzustellen, aber insbesondere die Gruppen, für die man sich als progressiver Wissenschaftler ja interessiert, also marginalisierte Gruppen, ethnische Minderheiten und das linksliberale Bürgertum und so weiter, die sind natürlich auch nicht davon ganz befreit. Die nehmen nämlich auch Widersprüche wahr und Ungleichheiten wahr und so weiter und die machen sich dann einen Reim da drauf, wie man so sagt. Manchmal ist der Reim halt verschwörerisch. Okay, daran anschließend haben wir noch eine andere Frage. Ich lese die ein bisschen langsam vor, weil die ist, glaube ich, ein bisschen heavy. Okay. Du führst einen liberalen beziehungsweise neoliberalen Alltagsmythos als eine Ursache von Verschwörungsideologien auf. Tue ich. Ist nicht aber zum Beispiel im Klassenkampf Marxismus die Verschwörungsideologie schon wesentlich eingebaut? Wie würdest du dir erklären, dass Verschwörungsideologien auf beiden Seiten auftauchen? Sind sie bei den Konservativen seltener? Ich würde nicht sagen, dass die bei den Konservativen seltener sind. Es ist, glaube ich, ein recht gut belegter Fakt, dass Verschwörungsideologien nicht so häufig beziehungsweise gar nicht bei gut situierten Leuten auftreten, die zum Beispiel in sehr großem Wohlstand leben. Die haben diese Grundwahrnehmung von Krisensymptomatiken nicht so stark ausgeprägt. Oder man könnte es einfach ganz flach formulieren und sagen, es gibt für die keinen Grund, so auszurasten. Es gibt für die keinen Grund, keine Konflikte, die so zu bearbeiten werden, dass sie sich darum Gedanken machen könnten. Oder beziehungsweise wären sie nicht militant. Und die Idee, die Idee, dass in der marxistischen Klassentheorie eine Art von Verschwörungsmentalität schon angelegt ist, die finde ich interessant. Aber da bewegt man sich auf extrem dünnes Eis und macht sich sehr unbeliebt bei so gewissen Marxologen, wenn man also versucht, für die Marx auszulegen und zu sagen, das steckt da drin, das steckt da nicht drin. Also ich kann nur so viel dazu sagen. Es gibt tatsächlich sehr viele und auch sehr belesene Leute, die das, glaube ich, bestätigen würden, die sagen, im klassenkämpferischen Habitus ist grundsätzlich schon sowas angelegt. Die Bourgeoisie hat sich gegen uns verschworen und die müssen jetzt alle geköpft werden. Das kann man am 18. pro mehr bei Marx dann sehr gut nachlesen, wie er das sozusagen beurteilt, wie die einzelnen Gruppen und einzelnen Klassen versuchen, den Kampf vorzusetzen, wen sie verantwortlich machen, wer da zuerst sozusagen der Guillotine zum Opfer fällt und so weiter und wie das dann alles wieder seine Dialektik entfaltet, indem das wieder so ein Regress auslöst. Ich persönlich kann mich auf diese Marxologendiskurse nicht so richtig gut einlassen, weil das auch manchmal so ein bisschen hoffnungslos ist, diese Diskussion zu führen. Ich persönlich würde aber, glaube ich, immer dazu neigen zu sagen, bei Marx ist die Idee personalisierter Ursachen nicht so prominent. Das kommt gut durch in seiner deutschen Ideologie, wo er eben sagt, die herrschenden Gedanken sind, die herrschen da. besitzenden Klasse und das machen die nicht, weil die das bewusst machen, sondern weil die eben einer Binnenlogik folgen, weil die natürlich, die sitzen nicht sozusagen in einem geschlossenen Zirkel und überlegen sich, wie können wir denn jetzt mal unsere Macht und unsere Herrschaft und unseren Besitz rechtfertigen und sichern, sondern die entwickeln im Sinne einer zweiten Natur eine Theorie darüber, dass das seine Richtigkeit so hat und glauben, dass auch selbst, also glauben, dass sie selber außerwählt sind, wie früher religiöse, außerwählte Menschen geglaubt haben. Das ist eine göttliche Ordnung und die hat ihre Rechtmäßigkeit, dass die so ist. Die sind also quasi selber Opfer derselben Ideologie und steuern da nicht im besseren Wissen so, wir zeigen es, der dumme Arbeiterklasse jetzt mal und trichtert ihnen lauter böse Gedanken ein und das glauben die dann und dann verhalten die sich so, wie wir das wollen. Das kann mich zumindest nicht erinnern, dass das bei Marx so auftaucht. Ich glaube auch nicht, dass das seiner Gesellschaftstheorie entspräche. Okay, dann kommen wir auch schon zur zumindest vorerst letzten Frage. Ich fange die nochmal tatsächlich mit einem Zitat an und zwar aus dem Artikel Verschwörungstheorien der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Zitat, eine andere Funktion von Verschwörungstheorien liegt in der persönlichen Identitätsstiftung. Ein Forscherteam aus Frankreich hat 2017 nachgewiesen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien auch mit einem menschlichen Bedürfnis nach Individualismus zusammenhält. Sehr gut. Zitat Ende. Erstmal finde ich es sehr witzig, dass man das auch ein bisschen auslegen könnte als Identitätspolitik ist der neue Verschwörungsideologie. Ja. Aber, und jetzt kommt nämlich tatsächlich die Frage dazu, glaubst du, dass die gesteigerte Wahrnehmung von Menschen als politische Abstraktion Verschwörungsdenken tatsächlich eher befeuert? Ich versuche mich gerade zu erinnern, wo ich das gelesen habe, aber die Frage und den Gedanken, dieses Zitat, der ist natürlich sehr schlau. Also ich glaube natürlich, dass das stimmt. Ich glaube, das taucht bei mir so ein bisschen so halb auf bei Commitments sozusagen die Idee, dass man in eine Gemeinschaft investiert. Ich kann dazu dann nur empfehlen, den, wie hieß er gleich, verstorbenen Soziologen Sigmund Baumann zu lesen, der so ein Buch geschrieben hat, das heißt Gemeinschaften. Da geht es darum, warum suchen Menschen sich überhaupt Gemeinschaften und warum entsteht sowas wie Subkulturen und sowas wie Vereine? Warum ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen sozusagen? Also in einem positiven Sinne auch wieder rauszukommen. Warum sucht man diese Nähe zu irgendwelchen Dingen? Aber ein Autor, ein Freitagautor, mit dem ich mal ein bisschen korrespondiert habe, der auch Psychiater ist, hatte mal so einen geilen Facebook-Post gehabt, der genau das aufnahm und das so wunderschön zugespitzt auf den Punkt brachte und er sagte so irgendwie, ich suche das jetzt nicht raus, ich paraphrasiere das jetzt, er sagte sowas wie, er glaubt, dass es einfach Menschen gibt, die sind so überzeugt davon, dass sie was ganz Individuelles und ganz Besonderes sein müssen, dass sie sich mit so einer blöden Mehrheitsmeinung einfach nicht zufriedengeben können. Die glauben einfach schon aus Stylegründen sozusagen an irgendwas anderes, um sich damit zu schmücken, dass sie eben was ganz Besonderes sind. Dafür gibt es auch einen Begriff im amerikanischen Diskurs, der heißt Contrarian. Damit bezeichnet man also Leute, die immer erst mal dagegen sind, also immer erst mal gegen jede Form von allem vermeintlich vermainstreamten Dinge sind, die also alles, was Mainstream-Popkultur ist, erst mal scheiße finden, egal ob sie sich damit jemals beschäftigt haben oder nicht, einfach weil sie es als Ausdruck ihrer Individualität betrachten, erst mal nicht so zu sein wie die Masse. Ich glaube, da ist was dran. Ich kann mich nicht erinnern, ob das jemals irgendwie so untersucht, abgefragt oder sonst irgendwas wurde, aber ich finde den Gedanken sehr interessant. Okay, dann würde ich dir auf jeden Fall nochmal ganz, ganz herzlich danken für den Vortrag und jetzt auch die Fragerunde. Gerne. Und würde jetzt ganz zum Schluss einfach nur noch ganz kurz auf unseren nächsten Termin aufmerksam machen und zwar ist der am 30. Juli der Vortrag Jüdisches Erbe und Antisemitismus im deutschen Fußball von Tina Sanders. An der Stelle soll ich dich, Konstantin, auch nochmal sehr herzlich von Tina grüßen. Ah, Tina, schaut euch den Vortrag von Tina an, bitte. Und damit beenden wir den Stream und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Vortrag wieder mit dabei seid. Danke.